Ich habe mich viele Jahre lang mit der allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt und insbesondere mit Ihren mathematischen Grundlagen. Und deswegen wird mein Vortrag heute, wird Sie tatsächlich von Ihren Schulmathematikkenntnissen, wenn Sie großzügig mit mir sind, bis ins Herz der allgemeinen Relativitätstheorie mitnehmen. Und ich gebe Ihnen notwendigerweise eine Kurzversion, weil ich nur etwa 90 Minuten habe und davon habe ich mir schon 30 ergaunert. Üblicherweise hören Sie hier zuerst mal mehrere Semester Mathematik und Physik und dann kommt irgendwann eine große einsemestrige allgemeine Relativitätstheorie-Vorlesung, vielleicht irgendwo im Master, wenn Sie das denn wählen. Das Interessante ist, dass letztlich die Mathematik, die dahinter steht, die poppt an allen möglichen Stellen in der Physik auf. Und insofern ist die Geschichte, die ich Ihnen erzähle, ich rede einen ganz speziellen Weg durch diese Geschichte, damit wir eine kohärente Storyline, wie das so schön heißt, haben. Da werden Sie viele Dinge später wieder erkennen. Und wenn ich während meines Vortrages nicht so von der Theorie mitgerissen bin, werde ich auch immer mal wieder versuchen herauszustellen, an welchen Stellen Sie die entsprechenden Elemente dessen, was ich aufzeige, im Studium hier lernen werden. Nun gut, also die Einstein'sche Theorie der Gravitation, die ist im Vergleich zu anderen physikalischen Theorien noch gar nicht so alt. Die hat er nämlich 1915 abgeschlossen und deswegen war auch 2015 das große Jahr des hundertsten Jahrestags der Erfindung der allgemeinen Relativitätstheorie. Und die allgemeine Relativitätstheorie gilt als schwierig, weil die Mathematik dahinter als schwierig gilt. Sie ist aber gar nicht so schwierig und ich werde auf das eine oder andere eingehen. Die ganze Geschichte startet allerdings deutlich früher als 1915 und natürlich darf ich mir auswählen, wann sie genau startet. Ich starte mal mit der Idee der Himmelsmechanik und betrachte mir dort die Datenlage. Das ist auch wirklich fast das letzte Mal, dass ich hier als Theoretiker von der Datenlage rede. Datenlage aus dem Jahr 1600. Da lassen wir die Geschichte starten und ich werde sie tatsächlich von dort entwickeln. Das ist natürlich eine Betrachtung im Nachhinein, die Entwicklung einer Theorie, das geht in sehr kurvigen Wegen. Das hier ist natürlich eine idealisierte historische Darstellung. Aber so ungefähr war es. Warum eigentlich Himmelsmechanik? Wenn Sie 1600 in den Himmel geguckt haben, dann haben Sie gesehen, wenn Sie ganz genau geguckt haben, dass sich da Planeten auf Bahnen bewegen, da muss man schon sehr genau hingucken, aber das konnte man Tycho Brahe und sein Schüler Kepler und so weiter. Das hatte aber scheinbar so überhaupt nichts mit der Mechanik auf der Erde zu tun. Wenn Sie auf der Erde eine Kugel rollen lassen, auch in der Ebene, dann rollt die so ein Stück weit, bleibt dann irgendwann liegen, aber dass die da irgendwie ewig immer auf irgendwelchen Kreis oder kreisähnlichen Bahnen umläuft, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. So sieht es auf jeden Fall aus. Na gut, aber beschäftigen wir uns erstmal mit der Himmelsmechanik, von der es keinen Grund gibt, dass sie irgendwas mit der irdischen Mechanik zu tun haben sollte. Da hat die Datenlage des Jahres 1600 bereits gezeigt, dass die, wenn Sie hier die Sonne hinsetzen, Sonne, dass die Planeten gar nicht auf exakten Kreisbahnen umlaufen, sondern auf Ellipsen. Ich fürchte, es ist mehr ein Ei, aber Poincaré hat ja gesagt, Geometrie ist das exakte Studium in exakt gezeichneter Figuren. Das wollen wir hier zur Anwendung bringen. Und wenn Sie wissen, was eine Ellipse ist, die hat zwei sogenannte Brennpunkte und die Punkte der Ellipse sind definiert als all die Punkte, die, wenn man ihren Abstand zu sowohl dem einen als auch dem anderen sogenannten Brennpunkt nimmt, dass diese Summe der Längen konstant ist, wenn Sie diesen Punkt hier entlang der eine Ellipse bewegen, dann haben Sie eine Ellipsen. Und für den Fall, dass diese beiden Punkte zusammenfahren, haben Sie dann natürlich einen Kreis. Und das ist zunächst mal die erste große Leistung, beobachtungstechnisch überhaupt zu erkennen, dass es sich um Ellipsen und nicht um Kreise handelt, denn es sind Fastkreise. Aber das wusste man 1600 schon. Und das hat Tycho Brahe im Wesentlichen durch Observation, durch Beobachtung gesehen. Sein Schüler Kepler, der hat dann sich gefragt, was man aus diesen Daten tatsächlich machen kann und er hat drei Keplersche Gesetze formuliert. Das erste Gesetz ist, naja, diese Planetenbahnen sind Ellipsen. Check. Das zweite Gesetz ist der sogenannte Flächensatz. Und das wird jetzt wirklich interessant, denn das zu beobachten, das war viel Arbeit. Der Flächensatz besagt, dass Sie hier diese Strecke auf der Ellipse wird von dem Planeten zurückgelegt, in einer gewissen Zeit klein t. Wenn Sie jetzt aber hier weiter außen sind, dann wird in der gleichen Zeit klein t nur eine kleinere Strecke zurückgelegt. Und zwar genau die, sodass diese beiden Flächen gleich sind. Man sagt, der Fahrstrahl des Planeten, das ist dieses Ding, überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächeneinheiten. Das ist schon sehr erstaunlich, weil man hier wirklich die Position in Abhängigkeit von der Zeit in Verbindung setzen kann, aus den Daten. Das sind alles Deskription ist alles Beschreibung der Daten. Und das dritte ist, dass die Gesamtumlaufzeit eines Planeten, wenn Sie jetzt zwei verschiedene vergleichen, ja, der eine läuft auf der einen Ellipse, der anderen auf der anderen, dann hat eine Ellipse eine große Halbachse und eine kleine Halbachse und die Gesamtumlaufzeit Groß-T des Planeten 1 steht zur Gesamtumlaufzeit T2 des anderen Planeten kubisch im gleichen Verhältnis wie die großen Halbachsen der Ellipsen der beiden Planeten. Das kommt alles aus den Daten. Das ist alles nur Beschreibung. Eine Theorie ist das, dass das noch nicht, nicht in unserem heutigen Verständnis. Himmelsmechanik, 1600. Newton, zweitens, hat dann eine universelle Mechanik beschrieben. Das war so etwa, was war das, 1680er Jahre. 1687 sind die Prinzipia, die Mathematical Principles von Newton erschienen. Und Sie sehen, hier ist jetzt keine Rede mehr von alleine einer Himmelsmechanik, die doch so etwas ganz anderes ist als die irdische Mechanik. So, Newton hat in diesem Sinne, wenn man das so formulieren will, die erste vereinheitlichte Theorie geschaffen. Er hat nämlich postuliert, dass ein Körper der Masse M, der entlang einer Bahnkurve x läuft, das ist ein von der Zeit abhängiger Ort und wenn man dann die zweite Ableitung, würde man heute sagen, dieses Ortes nimmt, dann muss es gleich sein der Kraft, die auf diesem Körper wirkt. Und Newton sagt, es kommt jetzt je nach Situation, oder je nach Situation, sind jetzt hier verschiedene Kraftgesetze am Werk. Und diese Kraft hängt auch in der Regel davon ab, wo sich der Körper gerade befindet. Und wenn Sie das in drei Dimensionen haben, dann müssen Sie drei Koordinate x, i angeben mit Abhängigkeit von der Zeit. Und Sie geben auch hier die drei Koordinaten an, wo diese Kraft ausgewertet wird. Und Newton kann hiermit, und das kennen Sie aus der Schule, Sie können auf der Erde, machen wir mal Erdmechanik, haben Sie hier einen Baum, und von dem Baum fällt ein Apfel runter, und Sie können den Apfel vielleicht auch irgendwie werfen, so in die Richtung, und dann macht er hier so eine Parabelkurve und solche Geschichten, na ja, da setzen Sie so ein Kraftgesetz ein, und die Kraft so nach unten wirkt, und die Kraft betragsmäßig m mal g ist, und g ist einfach 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Aber, Newton sagt auch, aha, Erdmechanik, aber Himmelsmechanik, das funktioniert einfach mit einem anderen Kraftgesetz, und das kennen Sie im Prinzip auch, die Kraft, die da auf einen Körper an der Stelle x wirkt, nehmen wir an, wir haben jetzt einen Zentralkörper wie die Sonne oder sowas, dann nehmen Sie die Masse des Körpers, des Allenkörpers, die Masse des Zentralkörpers, dann haben Sie noch eine Newton Gravitationskonstante, damit die Einheiten stimmen, muss man auch messen, und dann haben Sie hier so ein 1 durch R Quadrat, Abstandsquadrat gesetzt, aber weil diese Kraft ja eine Richtung hat, da haben wir so Kraftkomponenten, deswegen haben Sie da sowas wie x i minus y i, und dann teilen Sie durch den Abstand von x und y hoch 3, aber betragsmäßig ist das dann nur 1 durch den Betrag zum Quadrat des Abstandes, und dann brauchen Sie hier noch ein Minus, weil die Gravitation anziehend ist. Es ist mathematisch nicht direkt offensichtlich, dass wenn Sie jetzt ein sogenanntes Zwei-Körper-Problem haben, in dem Sie vielleicht einen schönen massiven Körper haben und einen relativ dazu massarmen, so wie Erde-Sonne, dann läuft die Erde nicht genau um diesen Punkt hier, sondern die laufen beide um einen gemeinsamen Punkt, die Sonne irgendwie so und die Erde irgendwie auch im größeren. Sie lernen das im ersten Studienjahr, lernen Sie, dass die Effektivbewegung eines solchen Zwei-Körper-Systems so ist, dass Sie in Bezug auf den einen Körper eine Ellipse bekommen, im Allgemeinen und nur im ausgearteten Spezialfall bekommen Sie einen Kreis. Aha! Das ist heute alles so einfach dahingesagt, ist eine riesengroße Leistung von Newton erkannt zu haben, dass durch das universelle dynamische Bewegungsgesetz tatsächlich die Mechanik, die man auf der Erde vorfindet, letztlich aus dem gleichen Grundprinzip folgt, wie die Mechanik der Himmelskörper und tatsächlich da erst war klar, das ist eine Gravitationskraft und das ist Newtons Sichtweise. und Newtons Sicht ist Gravitation ist eine Kraft, die auf Körper wirkt. Genauso wie Sie auch auf der Erde hier mit irgendwelchen Federn agieren könnten. Sie könnten hier so ein Wägelchen bauen, das fährt hier und das hat eine Masse und das fährt dann so hin und her und dann schreiben Sie ein Kraftgesetz für die Feder und so weiter. Aber diese Leistung, diese Phänomenologie hier zu erklären, in genau dem gleichen Rahmenwerk, das hat letztlich Newtons großen Ruhm zum großen Teil mitgegründet. Also, Sie bekommen ein Multiple-Choice-Test, in dem wird gefragt, ist Gravitation eine Kraft und da klicken Sie an, ja. Ah! Kann man so anders sehen? Man kann es zumindest versuchen. Und versucht hat man es schon sehr sehr früh. Laplace, war Newton wohl schon tot, aber Laplace hat eine Frage gestellt. Kann man Gravitation als Raumkrümmung verstehen? Nein! Die Antwort ist nein! Nein! Trotzdem zeigt das Deutsche Museum, das mich bei unserer Physikleistungskursreise damals sehr beeindruckt hat, das Deutsche Museum zeigt einen Trichter. So, zwei Meter Durchmesser oder sowas, ein Trichter und da kann man ein Kügelchen anschnipsen und das läuft dann hier, wenn es keine Reibung gäbe, würde das in diesem Trichter so rund umlaufen. Er wurde, weil es Reibung gibt, spiralt das so rein. Aber wenn wir uns die Reibung wegdenken, sagt man, hey, dieser Trichter, das ist keine Ebene, sondern ein gekrümmter Raum, ein gekrümmter zweidimensionaler Raum, um das zu illustrieren, so habe ich das auch hier illustriert. Und das ist im Wesentlichen die Idee von Laplace, der sagt, könnte man statt zu sagen, da gibt es so eine Kraft, die da immer dran zieht und wie so ein Lasso in den Planeten rumschwingt, könnte es denn sein, dass alternativ zu dieser Kraftidee dieser Planet, auf dem gar keine Kraft wirkt, aber er einfach eine Gerade im gekrümmten Raum macht? Eine Gerade im gekrümmten Raum ist genau das gleiche wie eine Gerade in der Ebene, es ist eine von Punkt zu Punkt kürzeste Verbindung. Also das hier ist eine Gerade im gekrümmten Raum, falls zwischen jeden beiden Punkten, zumindest wenn die Lagen noch beieinander liegen, dass die kürzeste Verbindung der beiden Punkte ist. Aber wenn das Deutsche Museum die Allgemeine Relativitätstheorie so erklärt, aber es gar nicht stimmt, dass Gravitation als Raumkrümmung zu verstehen ist, wer macht da was falsch? Ich, das Deutsche Museum oder die Relativitätstheorie? Selbstverständlich wäre ich noch die Allgemeine Relativitätstheorie, das Deutsche Museum. Die Antwort ist, nein kann man nicht. Nein kann man nicht. Jetzt sagen Sie, pah, kann ja jeder behaupten. Richtig. Und deswegen werden wir das jetzt nämlich besser verstehen und wir müssen da aber was einschieben, nämlich die Mathematik gekrümmter Räume. Übrigens, so negative Geschichten, die sind ja nicht gut zu erzählen und tatsächlich hat die ganze Sache ein Happy End. Dennoch, Gravitation kann man nicht als Raumkrümmung verstehen. Happy End kommt dann. Erst müssen wir verstehen, warum das nicht als Raumkrümmung zu verstehen ist. Die Mathematik gekrümmter Räume bezeichnet man vornehm als Differenzialgeometrie. Gut, damit kann man kleine Kinder erschrecken. Die Ideen sind brillant einfach. Und deswegen erkläre ich es Ihnen. Wir brauchen einen gegrümmten Raum. Wir nehmen diese Kartoffel. Ich möchte also, dass Sie sich das als dreidimensionale Kartoffel vorstellen. Aber der gegrümmte Raum, von dem wir reden, ist diese Oberfläche. Also die Kartoffel-Oberfläche. Es ist nicht das Innere der Kartoffel, sondern die Oberfläche selbst. Ich zeige Ihnen hier also einen zweidimensionalen, begrümmten Raum. Und dass das keine Ebene ist, das sehen Sie. Eigentlich muss man hierüber viel, viel vorsichtiger reden. Aber natürlich muss ich, um das hier zu kondensieren, etwas an Ihre Intuition appellieren. Aber ich gebe Ihnen trotzdem eine gute Geschichte. Wie beschreiben wir so eine Oberfläche? Zunächst mal ist das die Oberfläche. Gibt es hier irgendwelche Koordinaten drauf? Ja, viele. Es gibt viele Koordinaten. Was sind eigentlich Koordinaten? Koordinaten, und jetzt stellen Sie sich diese Kartoffel wirklich als eine in der realen Welt vor Ihnen liegende Kartoffel vor. Da können Sie mit so einem Käsezahnstocher ein Fähnchen reinstecken an einen Punkt. Und das können Sie mit jedem Punkt machen. Aber ich zeige Ihnen mal hier nur repräsentativ vier solcher Punkte. Und Sie können jetzt nach Belieben, und das ist eine zweidimensionale Oberfläche, warum? Es sage ich Ihnen gleich, aber da können Sie mit zwei Zahlen, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2. Sie können diese Punkte alle durch unterschiedliche Paare von Zahlen benennen. Und das machen Sie wirklich, und ich versuche es jetzt nicht naiv zu machen, das ist ganz wichtig. Sie stecken wirklich kleine Fähnchen in die echte Kartoffel ein. Und das können Sie so machen, dass Sie sagen, hey, wir könnten jetzt all die Fähnchen betrachten, bei denen die erste Zahl 1 lautet. Und ich kann das so anrichten, dass diese Fähnchen alle auf einer zusammenhängenden Linie liegen. Genauso gibt es die, bei denen die erste Zahl 2 lautet, die liegen dann auch alle auf einer Linie. Die können sich dann natürlich nie schneiden, also es muss irgendwie so ausgehen. Und die zweite Zahl, da kann ich wieder sagen, alle, die sich die zwei teilen, liegen auf einer Linie. Das würde jetzt hier vielleicht zu sowas führen, wie das da hinten dran, das da vorbeigeht. Denn es muss ja dann nochmal durch dieses Fähnchen durchgehen. Und wenn Sie sich das vorstellen, Sie können auf eine unglaublich vielfältige Art und Weise die Kartoffel mit verschiedenen Koordinatensystemen überziehen. Mit diesem oder jenem oder nochmal einem anderen. Mit überabzählbar unendlich verschiedenen Koordinatensystemen. Aber meine Frage, warum hat der lokaler Bauer davon nichts gehört? Die Antwort ist, es ist Fantasie. Koordinaten sind nichts, was Sie in der Welt finden. Sonst gäbe es ein Koordinatometer, ein Messgerät für Koordinaten. Gibt es nicht. Die Kartoffel gibt es. Die Punkte der Kartoffeloberfläche gibt es. Aber die Koordinaten darauf sind Fiktion. Eine nützliche Fiktion, aber Fiktion. Das heißt, ich kann diese Koordinaten da wählen. Jemand anderes könnte diese Koordinaten wählen. In Ordnung, wenn wir das tun, dann müssen wir das ineinander umrechnen. Aber das ist nur unsere Buchhaltung dafür, wo ich diesen oder jenen Punkt finden möchte. Und deswegen muss Physik immer so, jede Physik, auch die nicht-relativistische Physik, egal. Alles muss koordinatenfrei formulierbar sein. Denn ansonsten würden Sie Ihre Theorie über die Welt auf etwas basieren, was Sie sich hinzudenken. Dennoch ist es sehr nützlich, denn Sie wollen die Punkte ja mathematisch beschreiben. Also, die Idee ist ganz einfach, Koordinaten sind Abbildungen, Funktionen, aber eigentlich nennt man das eine Abbildung. Die gehen nämlich, die Koordinaten können X heißen, die gehen von der Kartoffeloberfläche K, das sind die echten Punkte in der echten Welt, weisen Sie da ein Paar von Zahlen zu, ein Element aus dem R2. Der R2 enthält Paare reeller Zahlen. Und diese 2 hier ist die Dimension des gekrümmten Raumes, den Sie gerade anschauen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Probleme damit, Abbildungen nach R3, in den dreidimensionalen Raum, oder auch den vierdimensionalen Raum, die vierdimensionale Raumzeit mit einem R4 zu koordinatisieren. Und der Kollege, der mag andere Koordinaten wählen, die nennt der Y, das ist einfach eine andere Abbildung in den R2. Und vielleicht muss man da was ineinander umrechnen. Aber weder diese Koordinaten noch jene Koordinaten sind Physik. Physik ist nur der echte Raum. Und den bilden wir ab in einen Raum von Zahlen auf eine ziemlich beliebige Art und Weise, um ihn zu beschreiben. Aha, das sieht ja schon kompliziert aus. Es ist aber so kompliziert. Und wenn man das nicht versteht, dass Koordinaten eine nützliche Fiktion sind, die man fixieren kann, und dann eine andere fixieren kann, schleppt man immer die Idee mit, dass die Koordinaten etwas bedeuten. Sie bedeuten nichts, sie sind einfach Buchhaltung. Okay, was folgt weiter? Was hat es mit gegrunnten Räumen zu tun? Naja, da kommen wir hin. Ich nehme jetzt nochmal hier die Kartoffel und jetzt kommt ein ganz extrem wichtiges Konzept. Wenn Sie in der Kartoffel an einen bestimmten Punkt gehen, dann können Sie sich das anschaulich so vorstellen, dass Sie eine zweidimensionale Ebene tangential an diese Kartoffel anlegen. Also wie jetzt hier mein Arm an meinem Kopf tangential angeht. Und dann können Sie, das ist eine unendlich ausgedehnte Ebene, ich symbolisiere die trotzdem hier mit rennen, damit Sie wissen, was ich meine. Das ist die Tangentialebene an diesem Punkt. Sie haben natürlich an einem anderen Punkt der Kartoffel eine völlig anders liegende Tangentialebene. Wir betrachten jetzt die Tangentialebene T an die Kartoffel K am Punkt P. Das ist der Tangentialraum an den Raum K, ich erinnere, das ist die Oberfläche der Kartoffel, ist der Raum K, im Punkt P. Jetzt machen wir was ganz Intuitives. Wir fahren mit unserem Ameisenfahrrad auf dieser Kartoffel durch diesen Punkt durch. Radeln hier so schön entlang. In dem Moment, in dem wir an diesem Kontaktpunkt vorbeikommen, hat unser Fahrrad mit Sicherheit eine Geschwindigkeit, die wir uns wieder als Tangentialvektor an die Kartoffel vorstellen können. Einfach der Geschwindigkeitsvektor dieses Fahrrads an diesem Punkt. Und dieser Vektor, der steht notwendigerweise, liegt er in dieser Tangentialebene. Das ist ein Tangentialvektor an dem Punkt. Das Ding ist ein Tangentialvektor am Punkt P. Und Sie können natürlich genau mit dem Fahrrad durchfahren, dann haben Sie einen anderen Tangentialvektor, aber einen Tangentialvektor am Punkt Q. Die leben in völlig verschiedenen Vektorräumen. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Die sind auch an verschiedener Stelle angeheftet. Konzentrieren wir uns noch für einen Moment nur mal auf einen Tangentialraum. Jetzt kommen wir der Krümmung schon ganz, ganz nah. Wie messe ich denn die Länge eines Vektors? Nämlich dieses Vektors, wie das der Vektor V ist. Da wissen Sie aus der Schule, dass man die Länge eines Vektors, schreibt man möglicherweise so die Norm, Sie können auch sagen, der Betrag des Vektors. Wenn wir keine Wurzel wollen, müssen wir die zum Quadrat nehmen. Da lernen Sie in der Schule, das ist die erste Komponente des Vektors zum Quadrat plus die zweite Komponente des Vektors zum Quadrat plus vielleicht die dritte Komponente des Vektors zum Quadrat. Komponente? Was ist eine Komponente? Vektor habe ich verstanden. Das ist die Geschwindigkeit. Hat diese Geschwindigkeit was mit meinem Koordinatensystem zu tun? Nö. Sie können die Kartoffel betrachten, da radeln die Ameisen mit ihrem Fahrrad entlang und unabhängig davon, welche Koordinatensystemfiktion Sie haben. Dieses Objekt her, dieser Tendenzialvektor, das ist ein messbares Objekt. Aber wenn ich das seine Länge bestimmen will, brauche ich das seine Komponenten. Aha, das hier sind immer die Komponenten bezüglich eines Koordinatensystems. Wie kriege ich diese Komponenten? Ganz einfach. Wenn Sie hier ein Koordinatensystem mit solchen Linien haben und Sie gucken diesen Punkt an, dann liegt da ja ein Tendenzialraum an und Sie nehmen einfach die Tangenten an diese Koordinatenlinien und das sind ihre sogenannten Basisvektoren, die von den Koordinaten induziert werden. Das heißt, diese V1 und V2, die wir da haben, das sind einfach die Vielfache, V1 ist eine reelle Zahl, mal ein Tangentialvektor, plus eine andere Zahl V2, die sogenannte zweite Komponente bezüglich dieser Basis, mal der Tangentialvektor E2. Also, wenn Sie hier Koordinaten ändern, ändern sich diese Komponenten. Aha, das ist aber komisch, denn wenn die sich ändern, dann würde sich ja auch das hier ändern. Und in der Tat ist das ein etwas zu einfaches Bild, was Sie hier in der Schule lernen und wir müssen das ein klein bisschen präzisieren und dann läuft die Sache rund. Sie werden nämlich im zweiten Semester vielleicht sogar schon im ersten Semester lernen, dass man auf Vornehmen oder an der Uni diese Norm zum Quadrat anders beschreibt. Man sagt nämlich, dass man die bekommt als eine Summe über I gleich 1 bis 2, aber 2 wäre eine 3 in 3-Dimension und so weiter, J gleich 1 bis 2 über eine Sammlung von Zahlen, G, J, ich sage gleich was dazu, mal V, I mal V, J, wobei das hier die sogenannten Komponenten des Vektors sind und das ist immer bezüglich eines Koordinatensystems, denn das Koordinatensystem gibt Ihnen eine Basis und diese Sammlung von Zahlen, das sind alles reelle Zahlen, die hier stehen, das sind die sogenannten Komponenten der Metrik des Raumes auch bezüglich des Koordinatensystems. Wie passt das hiermit zusammen? Diese Formel, die gilt im flachen Raum, also nicht im gekrümmten Raum, was Sie in der Schule lernen, im flachen Raum, aber nicht nur das, Sie müssen nicht nur annehmen, dass der Raum flach ist, Sie müssen auch annehmen, dass Sie kathesische Koordinaten gewählt haben nach Wahl von kathesischen Koordinaten, also rechtwinklige Koordinaten, wenn Sie wollen. Das sind die Koordinaten, die Sie aus der Schule kennen. Aber auf der Kartoffel gibt es gar keine kathesischen Koordinaten, das kann man sich leicht überlegen, aber dadurch, dass das hier vom Koordinatensystem abhängt und das hängt vom Koordinatensystem ab, schafft man es, dass das Ergebnis, nämlich die Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsbetrag, nicht mehr vom Koordinatensystem abhängt. Und so muss es ja sein, denn ansonsten hängt ja die Geschwindigkeit von Ihrer Fantasie ab. Das kommt damit überein, wenn Sie G, I, J, wenn Sie sagen, Sie schreiben die 2 mal 2 Zahlen in einem quadratischen Schema auf, wobei das hier die Zeile angibt und das die Spalte und wenn Sie dann hier 1, 1, 0, 0 setzen und das hier ausrechnen, dann kommen Sie genau dorthin. Aber das ist eine spezielle Wahl, da mache ich mal ein Sternchen drüber, die hängt davon ab, dass der Raum flach ist und hängt davon ab, dass Sie ganz bestimmte Koordinaten gewählt haben. Aber dann ist es eindeutig das hier. Okay, da hätten wir jetzt also den Betrag. Und jetzt kommt gleich, damit Sie wirklich was von Einstein exakt gelernt haben, wann immer Sie eine Summe über einen Index machen, der in dem dahinterliegenden Ausdruck 2 mal vorkommt, das ist hier der Fall für den orangenen Index, das ist auch der Fall für diesen roten Index, dann sagt Einstein, das machen wir ja immer, immer wenn die 2 mal vorkommen, man hat tatsächlich keine andere Gelegenheit, da brauchen wir nicht immer diese Summenzeichen zu schreiben, das verbraucht nur Kreide und Tite. Und wenn wir einen solchen Ausdruck haben, in dem Indizes wiederholt vorkommen, ist die Summation darüber immer angenommen. Das heißt, Sie müssen im Kopf immer diese Summenzeichen davor schreiben. Ich fühle das deswegen ein, erstes Mal ist es nach Einstein benannt, da hat man mal was gelernt von Einstein, das ist natürlich total trivial, und zweitens vergesse ich die Summenzeichen aus Gewohnheit immer, deswegen fühle ich es Ihnen ein. Was hat das mit gegründeten Räumen zu tun? Ich habe Ihnen jetzt scheinbar nur ganz wenig erklärt, nämlich wie Sie die Länge eines Vektors in einem Tandentialraum messen können. Naja, Definition. Ein Raum heißt flach oder nicht begründet. Falls es ein Koordinatensystem gibt, auf der ganzen Kartoffel, sodass bezüglich dieses Koordinatensystems G, I, J die Form 1, 1, 0, 0 hat. Überall, nicht nur das G in diesem Tandentialraum, sondern auch das G in diesem Tandentialraum, denn tatsächlich können wir ja die Länge des Vektors, kommt ja ganz darauf an, ob das ein Vektor in dem Tandentialraum oder dem Tandentialraum ist, wir können das sogenannte Skalarprodukt oder innere Produkt, das das beschreibt, in jedem Tandentialraum anders wählen. Nur wenn es ein Koordinatensystem gibt, sodass bezüglich dieses Koordinatensystems es so aussieht, als wäre die Metrik, die Komponenten wären überall die gleichen, dann haben sie einen flachen Raum. Auf der Kartoffel werden sie das Licht erreichen und auf der Kartoffel werden sich diese Zahlen von Punkt zu Punkt ändern. Und dann haben sie einen gekrümmten Raum. Ansonsten heißt der Raum gekrümmt. Oder nochmal ganz einfach ausgedrückt, das ist die Länge eines Vektors an einem Punkt in einem Tandentialraum in der Schule. Wenn sie aber an einen anderen Punkt gehen und diese Formel sich ändert, sodass sie in dieser Form ausgedrückt werden kann mit Zahlen, die vom Punkt abhängen, dann sind sie nicht mehr in einem flachen Raum, dann sind sie in einem gekrümmten Raum. Das ist eine präzise Definition. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Der Einzelunterschied zur Schule besteht tatsächlich darin, dass sie das Skalarprodukt, wie man es in der Schule nennt, oder das innere Produkt, wie man es in der Regel in der Mathematik nennt, jetzt tatsächlich von dem Punkt abhängen lassen, an dem der Vektor, dessen Länge sie da betrachten wollen, angeheftet ist. Ganz einfach, vor allem meiner. Riemann 1854 oder so was, erfunden in seinem Habilitationsvortrag. Deswegen nennt sich das auch Riemannsche Diometrie. Wir können doch diese ganz einfache Tatsache nehmen, oder Definition nehmen, und jetzt auf kürzeste Verbindungen in einem gekrümmten Raum schauen. Wie mache ich das jetzt? Na ja, nehmen wir mal an, wir sind auf einem gekrümmten Raum, also wir sind irgendwie auf der Kartoffel, und wollen die Länge dieser Kurve auf der Kartoffel bestimmen. Vielleicht auch die Länge dieser Kurve, die so in einer Schleife umgeht. Was Sie tun, Sie nehmen den Tangentialvektor an jedem einzelnen Punkt, wenn die Kurve beschrieben ist als eine Abbildung von einem Zeitparameter, den Sie da entlanglaufen, auf die Kartoffel, oder dann die Koordinaten gleich, dann können Sie natürlich die Länge des Vektors bestimmen, g, j, x, i Punkt, das ist nämlich die Tangente an die Position, x, j Punkt, aber das hängt hier jetzt alles, das g hängt von x von t ab und hängt da sowieso von t, und dann müssen Sie das Integral nehmen über die Längen all dieser Einzelvektoren von hier bis nach dort, und dieses Integral ist dann die Länge dieser gesamten Kurve. g, j, die Zahlen, abhängig vom Punkt, wo die Kurve gerade ist, denn in jedem Tangentialraum haben Sie ein anderes inneres Produkt, möglicherweise, das hängt davon ab, dann haben Sie hier die Geschwindigkeitskomponenten, die Geschwindigkeitskomponenten, wenn Sie das, Entschuldigung, da würde man noch die Wurzel drüber ziehen, oder sowas, so, wenn Sie das hier ansetzen, kriegen Sie die Länge einer beliebigen Kurve, die Sie da reinhauen, abhängig von der Metrik, dem inneren Produkt, an jedem einzelnen Punkt. Wenn man jetzt die kürzeste Verbindung finden will, das ist eigentlich eine etwas komplizierte Aufgabe, denn das hier ist keine Funktion, sondern sogenanntes Funktional, das hängt nicht von irgendeinem Punkt ab, sondern von irgendeiner Kurve. Und da gibt es eine Theorie, die nennt sich Variationsrechnung, und das lernen Sie in der Regel im zweiten Semester, theoretische Mechanik ja auch, zweites Semester, lernt man, wie man herausfindet, eine Differenzialgleichung, die eine Kurve erfüllen muss, die dieses Objekt minimal macht. Also in der Ebene wäre das wohl diese Kurve. Aber auf der Kartoffel mag die Kurve so aussehen, hat aber die Eigenschaft, dass jede Kurve, die davon ein bisschen abweicht, notwendig länger ist. Variationsrechnung. Wie gesagt, lernen Sie im zweiten Semester, ich will ja nicht alles vorwegnehmen, was rauskommt, ist das Folgende. In diesem speziellen Fall, Sie kriegen raus, x, i, die i-te Komponente des Ortes, plus, und jetzt kommen hier Zahlen, i, j, k, x.j, x.k gleich 0, ist die Bedingung, dass eine Kurve diese Linie, diese Funktional minimiert, oder extremalisiert, das hier ist die sogenannte Geodätengleichung im begrümmten Raum, aber es ist ja dieses große Gamma. Dieses große Gamma ist einfach nur, eine Abkürzung für eine feststehende Kombination von Ableitungen dieser Metrik, die sieht nämlich so aus, da haben Sie hier g, m, k, und dieses Symbol heißt, das hängt ja von den xen ab, da gibt es vielleicht zwei Stück hier, Sie können das in der 1-Richtung oder der 2-Richtung ableiten, denn wenn das jetzt vom x abhängt, können Sie das abhängt, das ist die partielle Ableitung, plus del k gkm minus del m gjk, aha, und dann steht hier noch ein Halb davor, und hier, wenn Sie dieses Schema hier nehmen, das nennt sich auch eine Matrix, da gibt es eine inverse Matrix, wenn Sie nicht wissen, was das ist, spielt es keine Rolle, zum groben Verständnis hier, oder auch zum genaueren Verständnis, aber die kommt hier noch hin. Das sind die sogenannten Christoffel-Symbole, aber das ist eigentlich nur eine Abkürzung, um das hier oben ein bisschen kompakter zu schreiben. Sie haben bestimmt schon mal in der Schule eine Aufgabe gelöst, in der Newton'schen Mechanik, wo x-Doppelpunkt gleich 0 rauskam, oder x-I-Punkt gleich 0, und da haben Sie dann geschlossen, dass die I-Tekomponente hat die Form irgendein Ui mal T plus C. Ui und C sind konstant, das ist letztlich eine Gerade, die Lösung hiervon ist eine Gerade. Ja genau, denn im flachen Raum sind ja die Komponenten, diese gmk's, die sind ja immer die gleichen im flachen Raum. Das heißt, ihre Ableitungen sind alle 0. Das heißt, die Gamma-Symbole sind alle 0 in kathesischen Koordinaten, und das heißt, x-Doppelpunkt gleich 0. Ah, im flachen Raum kriegen wir die Gerade in diesen Koordinaten raus, in kathesischen Koordinaten. Wenn Sie im flachen Raum aber in Polarkoordinaten gehen, dann sind die Polarkoordinaten dieser Linie, in Abhängigkeit der Zeit, sind mitnichten von dieser Form. Tatsächlich schaltet man auch im flachen bei beliebiger Koordinatenwahl schaltet man diese Kameraden hier ein und ich stoppe an dieser Stelle. Das ist die Gleichung einer kürzesten Linie in einem allgemeinen gegründeten Raum. Wenn Ihnen meine Zwischenworte dubios erscheinen, nehmen Sie das bitte, um jetzt weiter zu machen. Ja, aber jetzt können wir auch ganz schnell sehen, warum die Antwort auf Laplace-Frage Nein lautet. Warum ist Gravitation nicht auszudrücken durch die Raumkrümmung? Na, ganz einfach. Was war noch mit dieses Gravitationsgesetz? Das Gravitationsgesetz war Xi-Doppelpunkt gleich ein bestimmtes Kraftgesetz, das aber nur vom Ort abhing, geteilt durch die Masse. Oder wenn ich das auf die andere Seite nehme, das da minus das gleich Null. Frage, kann ich diese Wirkung dieser Kraft, das ist ja das Newton'sche Gesetz, kann ich die Wirkung dieser Kraft absorbieren, umschreiben, umschreiben, in eine wie auch immer geartete Metrik, also ein wie auch immer geartetes inneres Produkt, das sich von Punkt zu Punkt ändert. Wir müssen nur mit dieser Gleichung hier vergleichen. Der erste Term kommt hier vor. Der zweite Term trivialerweise kommt hier vor. Top. Was muss also, wenn ich die Gravitation als Raumkrümmung verstehen können wollte, sodass tatsächlich in dem gekrümmten Raum der Effekt der Gravitation ist, das Teilchen auf einer kürzesten Verbindung laufen, dann müsste ich diesen Term hier in dieser Form schreiben können. Aber schauen Sie mal, die Gs, die hängen nur vom Punkt ab, wo sie sind. Damit hängen die Gammas nur von dem Punkt ab, wo sie sind. Damit hängen hier die Gammas nur vom Punkt ab, wo sie sind. Aber damit das diese Gleichung die Form einer Geodätengleichung haben sollte, müssten hier auch noch Zeitabgleitungen im Quadrat sozusagen, wenn Sie das aufsummieren, Vorkommen der Kurve. Das ist hier aber schlicht nicht der Fall. Dieser Teil hier hat schlicht nicht diese Form. Ende. Sie können diese Newton'sche Kraftgleichung nicht verstehen als die Gleichung einer Geodätengleichung. Deswegen ist diese Laplast'sche Idee und dieser Trichter im Deutschen Museum, der da so einen gegründeten Raum macht und dadurch das illustriert. Das ist alles gut gemeint. Es ist aber völlig falsch. Das hat Laplast wenige Jahre, ich glaube, nachdem Newton tot war, sich gefragt. Und er hat es natürlich nicht, das hier ist modern, das ist mindestens 19. Jahrhundert so zu denken. Aber Laplast hat das auf andere Arten und Weise sehr angestrengt ausgeixt. Also so ist der Fortschritt in der Wissenschaft. Man kann heute Dinge erklären, die früher für Genies ein Monat Denkarbeit waren. Also bis jetzt ist das ja keine happy Story. Wir haben da diese Gravitation aus der Schule und jetzt haben wir da so eine Idee gehabt. Laplast hatte eine Idee und aber diese Idee die funktioniert halt einfach nicht. Sie funktioniert überhaupt nicht, nicht nur so ein bisschen nicht, es ist einfach völlig falsch. Da hat auch der Laplast nicht weiter gewusst und sonst wusste auch keiner weiter und dann hat man andere Sachen gemacht. Der H-Ampere und der H-Faraday die haben nämlich mit Magnetnadeln gespielt. Und naja ich fange mal ein bisschen später an. Maxwell, Herz und Einstein naja sagen wir mal Einsteins Licht oder wir machen wir mal noch nicht. Also wie war denn das? Also der Ampere der hat mit Magneten mit Strömen gespielt. Das ist das ein elektrischer Strom der da wenn Sie das jetzt nicht im Leiter haben sondern der so im Raum fließen kann elektrische Ladungen die im Raum vorliegen dann können die so eine Stromdichte geben und ein elektrischer Strom das kennen Sie aus der Schule in einem Leiter der erzeugt um den Leiter dann so ein Magnetfeld und weil das halt irgendwie hier mit der Regeln das ist die Richtung und das Magnetfeld ist so und dieses ganze Rotationsding das ist hier in dieser das da sind die Ableitung partielle Ableitung in 1-2-3-Richtung aber so mit den 1-2-3-Richtungen des Bs verknüpft dass man hier so ein Kreuzprodukt dazwischen hat das wäre so eine Unischreibweise es ist nicht so wichtig das genauso zu verstehen aber Ströme erzeugen ein Magnetfeld und das hat der Herr Ampere durch viel Spielen mit Magnetnadeln heute würden sich die Frauen scheiden lassen produziert und dann kam der Herr Faraday und der hat gesagt naja wir können aber auch mit Magneten wackeln und wenn wir mit Magneten wackeln dann erzeugen wir ein E-Feld und wenn Sie das dann nachher mal für die Prüfung lernen müssen und Sie zitieren das dann so dann bringen Sie einen halben Punkt Fehler aber bei mir würden Sie durchfallen nein natürlich nicht aber Sie sollten durchfallen denn dieses Minuszeichen ist 100 Jahre Physikgeschichte bitte? ein B vielen Dank also ich würde hier würde ich mir selbst einen halben Punkt abziehen vielen Dank das ist das Induktionsgesetz Sie wackeln mit den Magneten und Sie kriegen ein E-Feld da gibt es hier so eine komplizierte sogenannte partielle Differenzialgleichung naja dann können Sie noch irgendwie über elektrische Quellen sprechen das ist dann irgendwie so was wie Ladungsdichte durch so Epsilon Null das sind so magnetische elektrische Materialkonstanten auch im Vakuum und dann sprechen Sie auch noch von magnetischen Monopolen ach ups die gibt es ja gar nicht es gibt keine magnetischen Ladungen oder magnetische Indien die schließen die haben keine Quellen und keine Senken so hat der Mexel diese Gleichungen angeguckt und hat gesagt Moment mal wenn ich diese Gleichungen miteinander verwurschtle kriege ich ein Problem dann habe ich keine Ladungserhaltung das kann ja nicht sein eine Ladung kann ich im Labor zählen 1, 2, 3, 4, 5 also Elementarladung und da hat der festgestellt da fehlt ein Term und dieser Term der hat die Form erstmal unspektakulär dE durch dt aber etwas spektakulärer 1 durch dieses Epsilon Null das da unten auftaucht dieses Mu Null das dort auflaut was ist die elektrische die elektrizitätskonstante und die was ist das die magnetische wie nennt sich das Vakuumpermittivität Vakuumpermittivität hervorragend es gibt ja so Zufälle wenn man die miteinander die kann man experimentell bestimmen und wenn man die miteinander multipliziert kommt die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat raus was ja ist so und es muss so gewählt werden dieser Zusatzterm muss da sein ansonsten ergibt das Gesamtgleichungssystem keine Ladungserhaltung aber die sehen wir im Experiment das ist die Leistung von Maxwell diesen Term zu den anderen Gleichungen schon hinzugefügt zu haben aha das ist ja sehr schön das ist doch mega merkwürdig oder hier haben wir plötzlich ein Gleichungssystem für Größen und in dieser Gleichung kommt eine Geschwindigkeitskonstante vor das gab es noch nie vorher in der Physik und tatsächlich was soll denn das bedeuten nehmen wir mal an die Geschwindigkeit ist 10 Stundenkilometer ja da setze ich manchmal auch mein Fahrrad von Radel eben dran her und dann ist es ja in meinem Beobachtungssystem 0 Stundenkilometer wenn da was mit 10 Stunden oder wenn ich mit meinem Fahrrad 300.000 Kilometer pro Sekunde nämlich Lichtgeschwindigkeit fahre da kann ich ja dem Photon dem Lichtteilchen oder der Lichtwelle die kann ich ja angucken wie sie sich so bewegt ja aber und wenn ich jetzt 10 Stundenkilometer fahre dann läuft mir das Licht zwar weg aber das ist ja dann Lichtgeschwindigkeit minus 10 Stundenkilometer also müsste doch Mechsel uns bitteschön mitteilen wenn hier diese Geschwindigkeit in welchem Beobachtungssystem wie bewegen Beobachtungssystem diese Gleichung denn gelten soll denn ansonsten weiß ich ja nicht wie ich C wählen muss es stellt sich heraus in jedem Beobachtungssystem auch wenn sie ganz schnell mit dem Zug fahren oder nur stehen bleiben es sind immer die gleichen Gleichungen also das kann doch gar nicht sein also da kann ich doch experimentell messen und so weiter und so fort die Lösung ist natürlich diese Gleichung den Gehorchen überhaupt nicht der klassischen also der der Newton'schen Physik das hat aber Maxwell nicht erkannt obwohl es klar ist dass da was mega merkwürdig ist also eigentlich gar nicht sein kann und es ist dann erst Einstein der erkannt hat die Maxwell Gleichungen sind 1860 Newton war was war das 1687 die Leute haben alle geglaubt das ist richtig wenn hier was komisch ist dann ist da was und da hat Einstein so bis 1905 sehr angestrengt auf diese Gleichungen gestarrt und da hat Einstein gesagt die sind richtig und die sind falsch Newton'sche Physik ist falsch und Maxwell Elektrodynamik stimmt das war mutig stellt sich heraus es war richtig 1888 hat Heinrich Herz unser zweiter Held in der Geschichte dann tatsächlich nachgewiesen nicht nur gehorcht in elektrische und magnetische Felder diesen Gleichungssatz sondern eine Vorhersage dieser Gleichung nämlich wenn ich diese Gleichung hier nochmal nach der Zeit ableite dann kommt da eine Zeitableitung rein dann habe ich die aber hier dann kann ich das da wieder einsetzen dann kriege ich die Identität und hier kriege ich die zweite Ableitung der Zeit und was kriege ich dann dann kriege ich E zweimal nach der Zeit abgeleitet minus und hier diese Dinger die konstruieren und da gibt es lauter so zweite räumliche Ableitung in drei Dimensionen schreibt man das so gleich 0 und wenn Sie sehen das ist eine zweite räumliche Ableitung dann haben wir was als Folgerung der Wellen äh der jetzt habe ich es verraten der Maxwell-Gleichung dass sich im Vakuum das elektrische Feld wie eine Welle ausbreitet und zwar mit der Wellengeschwindigkeit c das heißt wenn das tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit ist dann laufen elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit folgt direkt hier raus und Hertz hat das im Labor nachgewiesen oder im Hörsaal vielmehr Herz kann konnte elektromagnetische Wellen äh übertragen und Hertz hat daher auch erkannt dass Licht eine elektromagnetische Welle ist was hat das zu tun mit Gravitation absolut überhaupt gar nichts aber das waren also die Kameraden die mit den Magnetnageln und Magneten gespielt haben und dann kam der Einstein 1905 man hat ihm gesagt nee für die Uni bist du nicht gut genug sie kennen die Geschichte alle da ist auch das Patentamt damals hat man gerade Bahnlinien in ganz Europa ausgebaut und was braucht man wenn man eine Bahn haben will also die Deutsche Bahn braucht das heute nicht mehr aber früher hat man genaue Uhren gebraucht damit man tatsächlich Fahrpläne abstimmen konnte und wie wissen Sie denn in München wie spät es gerade in Berlin ist also mussten Sie Uhren synchronisieren und Einstein hatte auf seinem Tisch Patentsamts Begutachtungstisch etliche Patente zum genauen Synchronisieren von Uhren denn bis Sie die Geschichte von Einstein kennen weiß dass diese Gedeichenexperimente wie man Uhren synchronisieren kann wenn Sie jetzt natürlich Einstein sind dann sagen Sie ja gut das sind alles schöne praktische Sachen aber so im Prinzip im Prinzip könnte ich doch ein Lichtstrahl senden und so weiter der hat natürlich darüber nachgedacht je länger er darüber nachgedacht hat hat er gesagt und so ist er übrigens auf die Idee gekommen dass das da falsch sein muss bei Newton er hat gesagt ja Donnerwetter also wenn diese Gleichungen immer stimmen und ich nehme jetzt zwei kleinen Spiegel und irgendwie Gedankenexperiment schicke ich jetzt hier so ein Lichtteilchen so ein Lichtphoton würde man heute sagen damals eine Welle schicke ich hier rüber und das hat hier eine gewisse Länge und das läuft in einer gewissen Zeit und dann wird das immer wieder hin und her gespiegelt klick 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 und ich kann im Prinzip Gedankenexperiment immer wenn es hier ankommt sage ich Tick und immer wenn es dort ankommt sage ich Tack und wenn ich die beiden Spiegel hinstelle und lasse dieses Lichtzeichen blablabla Spiegel immer hin und her laufen klick 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 sagt er habe ich doch eine wunderbare tickende Uhr gebaut nur aus Gleichungen die ich verstehe eine Ruf schöne Uhr sagt Einstein ja ja aber wenn man jetzt diese Uhr nimmt und jetzt die zum Zeitpunkt T gleich Null vorstellt oder was heißt Zeitpunkt und dann wieder ein bisschen später vorstellt dann könnte ich ja auch so ein Diagramm malen dass man so intuitiv sagen könnte in die Richtung läuft die Zeit und das ist irgendwie der Raum dann ist klar dass zwei punktförmige Spiegel in der Zeit diese Geschichte hier haben und dann sagt Einstein ja gut von hier ich sehe es mal ein bisschen grob weil eigentlich würde man die ganz eng zusammen nehmen was heißt Tick-Tack 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 wenn ich hier so in 45 Grad laufe aber warum eigentlich 45 Grad naja dazu muss ich ja lieber hier diese Länge hier als eine Lichtsekunde nehmen die Strecke wie das Licht in einer Sekunde läuft und hier muss ich die Einheiten in Sekunden nehmen und dann bin ich hier im rechten Winkel richtig Tick-Tack 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 das da ist ein bestimmter Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt das ist ein bestimmter Ort zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht der gleiche Ort sowas nennt man kein Ereignis denn hier könnte Jesus geboren sein und hier könnte diese Vorlesung hoffentlich bald geendet haben das nennt man Ereignis in der Raumzeit aber man kann jetzt hier messen wie lange es seit Jesus Geburt ist und zwar mit ziemlich großer Genauigkeit alles schön und gut da ist doch Newton noch völlig in Ordnung naja sagt Einstein schon schon aber wenn ich jetzt genau dieses Spiegelpaar nehme und das jetzt aber wegbewege von hier also alternativ der eine Zwilling der bringt ja die Uhr da mit und der andere der nimmt dieses Paar von Uhren weg aber trifft den anderen Zwilling irgendwann wieder so irgendwie und jetzt gelten aber diese Gleichungen in jedem Bezugssystem jetzt gucken wir mal hier naja Moment mal Tick das dauert ganz schön lange bis der erste Tick kommt Tick 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 hat sie eigentlich Tick Es gibt 1,2,3,4,5,sech,7,8,9,10,11 И 11 Mal Die hier Tick 1,2,3,4,5,6,7,8 die hat nur 8 Mal getick Warum? Na ja, es ist doch eine Uhr. Und ich würde sagen, die ist ja aus Elektrodynamik gebaut. Ja, wir sind aber auch ziemlich weit aus Elektrodynamik gebaut. Also Sie können ziemlich viel von unserer gesamten Physiologie verstehen, nur über Elektrodynamik. Oder können Sie sagen, ja, da gibt es noch die starke Kraft und die schwache Kraft und der Teilchenphysik, aus der wir auch alle bestehen. Ja, aber die haben genau die gleiche Eigenschaft mit diesen 45 Grad Signalausbreitungssachen. Es bleibt die Tatsache, dass nach bekannten der Physik jedes Objekt, das entlang dieser Kurve läuft, für dieses Objekt, also zum Beispiel für meine Biologie auch, wenn ich da als Körper mich bewege, weniger Zeit vergeht zwischen dem sich Trennen und dem Zusammenkommen, als für den, der diesen Weg durch die Raumzeit genommen hat. Also ich bleibe hier, mein Zwilling, der fliegt weg und kommt wieder zurück und dann bin ich älter als der Zwilling, biologisch älter, in jeder Hinsicht älter. Auch meine Uhr hat länger getippt. Da brauchen Sie gar keine Mathematik für. Das ist einfach, wenn Sie ernst nehmen, dass die Maxwell-Gleichung in jedem System gilt. Das ist immer noch eine verrückte Idee, aber es stellt sich im Experiment als wahr heraus. Und damit können Sie aber völlig aufgeben, dass das hier die Zeitachse war. Denn hier ist eine ganz andere Zeit gelaufen. von hier nach hier ist nicht das gleiche wie von hier nach hier. Also können Sie nicht mehr sagen, das sind immer die Momente der Gleichzeitigkeit. Dieses Bild ist völlig falsch. Und das hat Einstein erkannt. Hat aber immer noch nichts zu tun mit Gravitation. Schein. ist eine Geschichte, die für sich interessant ist. Und wenn Sie das lernen und mathematisch ausarbeiten, da kommen Sie zu was, das nennt sich die spezielle Relativitätstheorie. Die findet nämlich im flachen Raum statt. Aber wir nehmen für den Moment von dieser Geschichte auf dieser Tafel mal nur eine Idee mit, nur eine Idee. Gar nicht die Details. Gar nicht das mit den verschiedenen Zeiten. Sondern nur eine Idee. Das ist nämlich die echte Datenstruktur, die es uns erlaubt, Geschichten zu erzählen. Darum geht es in der Physik. Hier geht es immer darum, was sind die Anfangsbedingungen und was passiert am Ende. Die echte Datenstruktur, um Geschichten zu erzählen, ist nicht der Raum, sondern die Raumzeit. Wir kommen zu diesen relativistischen Aspekten zurück. Aber jetzt mal wirklich nur die Idee, sehen wir mal an, wir wüssten die Max-Wirgleichung nicht. Aber eigentlich machen Sie das in der Schule. Sie zeichnen ein St-Diagramm für den Oszillator oder solche lustigen Sachen. Das ist ein Raum-Zeit-Diagramm für den Oszillator. Na ja, machen wir ruhig mal einen kleinen Einschub. Geschichten in der Raum-Zeit. Und wir denken gar nicht relativistisch über die Newton'sche Raumzeit. Sie haben einen Raum und den gibt es zu jedem darauf folgenden Zeitpunkt, der absolut ist, gibt es den immer wieder. Wenn das zwei Personen ist, ist das was für eine Geschichte. Das hier ist so Zeitrichtung. Das ist der Raum. Das ist so eine Art Liebesgeschichte. Zwei Menschen treffen sich und bleiben für immer zusammen. Die können auch andere Geschichten erzählen. Was ist das für eine Geschichte? Zwei Menschen treffen sich. Da trifft der eine dann doch jemand anderen und der ist plötzlich weg. Das ist ein Liebesdrama. Ganz klar. Was ist das für eine Geschichte? Das ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Sie gehen in die Zukunft, dann irgendwie geht es hier in die Vergangenheit und dann könnten Sie sich selbst bei Ihrer Geburt ein Ohrfeige geben oder sowas. Das ist eine Geschichte. Vielleicht gibt es die in der Physik nicht. Vielleicht müssen wir unsere physikalischen Gleichungen diese Zeitreise ausschließen. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall, die Raumzeit ist das, worauf wir die Geschichten der Physik erzählen und wirklich das, was evolviert. In der Physik geht es immer um letztlich Evolutionsgleichungen. Die sagen, wie irgendwas grob gesprochen in der Zeit sich entwickelt. Na ja, ganz grob gesagt. Okay. Wenn wir mal nur die Idee der Raumzeit nehmen, aber nehmen wir schon in diesem newtonschen Sinne, dann können wir jetzt was Tolles machen. Wir können uns nämlich fragen, ob Naplass nur ganz dummerweise zu früh gelebt hat, als dass ihm jemand Inspiration hätte geben können. Du, Pierre Simon, wie wärst du, wenn du mal probieren würdest, deine Idee zum Laufen zu bringen, indem du nicht versuchst, den Raum zu krümmen? Denn das geht nicht, wie du selbst rausgefunden hast. Sondern wenn du versuchen würdest, die newtonsche Raumzeit zu krümmen, vielleicht klappt es ja dann. Es klappt. Ich habe vergessen, bei welcher Nummer wir sind. Also, sagen wir mal, grob sieben. Raumzeit bringt Laplace's Idee zum Fliegen. Wie denn das? Wenn wir nur den Raum betrachten, den flachen Raum noch dazu, wir betrachten da eine Kurve im Raum, da muss ich zu jedem Zeitpunkt wissen, wo ich bin. Na, das ist der Raum. Ich kann aber diese Information, wenn ich weiß, wann ich wo bin, an welcher Koordinate, ich kann die gleiche Information heben, würde man sagen in der Mathematik. Ich kann sagen, ja gut, diesen Raum, den gibt es immer wieder zu verschiedenen Zeiten, den kopiere ich und dann mache ich quasi die Zeitauflösung dieser Kurve, die sähe dann irgendwie so aus. Na, das ist quasi immer, wenn ich das dann runterprojiziere, wenn ich die Zeit ignoriere und projiziere das runter in den anfänglichen Raum, dann kriege ich diese Bewegung im Raum. Aber die Geschichte dieses Teilchens ist eigentlich diese rote Linie, das ist die Raumzeitkurve. Wie sieht denn die aus? Wenn die da klein x heißt, dann heißt die da groß x. Und groß x hat eine Koordinate mehr als klein x und deswegen geben wir den auch, sagen wir mal, griechische Komponenten. In Abhängigkeit von der Zeit besteht das jetzt aus vier Zahlen, wenn wir im dreidimensionalen Raum wären. Dann würde ich nämlich hier die x1-Komponenten zur Zeitpunkt t, die x2-Komponenten zur Zeitpunkt t und die x3-Komponenten zur Zeitpunkt t nehmen. Aber diese zusätzliche Komponente, die Zeit, von der ich ja weiß, was ist, die nehme ich als extra Komponente hin. Die ist sozusagen das x0 von t. x0 von t ist die Zeit selbst und das da ist groß x1 von t, stelle ich klein x1 von t überein und so weiter. Was habe ich neu gemacht? Absolut gar nichts. Es steckt in dem großen x exakt die gleiche Information im kleinen x. Ich kann die eine Information aus der anderen gewinnen. Wir haben also wirklich nur eine angepasste Datenstruktur gewählt, wenn man so will. Dieser einfache Trick soll jetzt Laplace die Idee zum Fliegen bringen. Na klar, wenn x0 von t t ist, was ist denn dann x0 Punkt von t? Na 1, t nach t abgeleitet ist 1. Was ist denn x2 Punkt von t? Ist dann 0. Also nur mal so am Rande gesagt. Aha. Aber jetzt machen wir folgendes. Wir nehmen jetzt die Newton-Gleichung. Wie war die nochmal? Die war xi Doppelpunkt von t minus fi, die Kraft an der Stelle x durch m, berühmtermaßen ohne x Punkte. Deswegen konnte das, für i gleich 1, 2, 3, für den Raum, konnte keine Geodäten-Gleichung sein. Jetzt mal hier noch ein bisschen Platz. Aber jetzt habe ich ja nicht das kleine x, sondern das große x. Naja, aber das große x für die i gleich 1, 2, 3 stimmt das ja mit dem kleinen x überein. Also kann ich das auch so schreiben. Was ist denn eigentlich, dieses i umfasst ja nicht diese 0. Ich könnte jetzt noch eine Groß-X-Null-Doppelpunkt-Gleichung schreiben. Ach so, aber das ist ja langweilig. Aufgrund dieser ganz einfachen Art und Weise, das Ausdruck ist das ja 0. Jetzt habe ich dieses Gleichungssystem statt dessen, was ich vorher hatte. Vorher hatte ich nur da unten das und das ist keine Geodäten-Gleichung. Jetzt mache ich noch eine Gleichung dazu. Sind das jetzt Geodäten-Gleichungen insgesamt? Ne, wie soll denn? Denn da unten, die ja schon keine sind. Ah, Moment. Hier könnt ihr hier unten schreiben, mal 1 mal 1. Ah, aber die 1 ist ja x Punkt 0. Ah, so könnte man hier auch schreiben, x Punkt 0, x Punkt 0. Oh, wenn wir das jetzt vergleichen mit der Geodäten-Gleichung, die ein großes x in allen Komponenten erfüllen müsste, die dann nämlich so aussehen. Da stellen wir plötzlich fest, das geht, denn man kann einfach, das muss man hier oben wählen, das kann man sich nachher nochmal in Ruhe überlegen. Man muss wählen, Gamma 0 für alle Kombinationen Beta-Gamma, muss man das auf 0 wählen. Man muss Gamma i 0, 0 auf minus fi von x durch m wählen. Hey, das geht, denn die Dinger hängen hier nur von groß x ab. Und man muss Gamma i j k, muss man auch wieder auf 0 wählen. Das war komisch. Okay, also erstmal ist das schön, denn man kann offenbar solche Gammas finden. Und man kann auch zeigen, es existieren sogar Metriken, sodass man diese Gammas so bekommen kann. Aber es ist schon lustig, dass man zum Beispiel die Kameraden hier, das wären ja in der allgemeinen Gleichung, würden da ja quadratisch von der Geschwindigkeit Beschleunigung auftreten, wenn man die nicht 0 setzen würde. Beschleunigung quadratisch in der Geschwindigkeit. Ah, die Chorioniskraft zum Beispiel. Wenn Sie nämlich jetzt in der Raumzeit sind, dann können Sie jetzt auch zum ersten Mal vernünftig beschreiben, was es heißt, dass sich ein System dreht. Und das entspricht dann einem Koordinatenwechsel und dann werden plötzlich diese Gammas hier eingeschaltet. Das ist eine nicht kathesische Koordinatisierung der Newton'schen Raumzeit, schaltet diese Teil ein. Und das interpretiert man häufig falsch als Coriolis Beschleunigung, weil man sagt x-Doppelpunkt ist die Beschleunigung. Tatsächlich ist Koordinatenvariant, aber die gesamte Kombination eine Beschleunigung. Und deswegen heißt es auch in vielen Lehrbüchern eine Pseudokraft. Was ist eine Pseudokraft? Kurz gesagt, es ist gar keine Kraft. Es ist Teil der Beschleunigung nur in lustigen Koordinaten, die im Spiel. In der Raumzeit alles trivial. Egal. Schauen Sie mal. In der Newton'schen Raumzeit, plötzlich kann ich das Newton'sche Kraftgesetz für die Gravitation, weil ich das m rausdividieren kann, bla bla bla, kann ich die plötzlich als Geodätengleichung schreiben. Da brauche ich gar keine Maxwell-Theorie oder Relativitätstheorie. Das ist bereits bei Newton so. Also wenn jemandem Laplace dieses Bild hingemalt hätte und hätte ihn gefragt, du kannst zwar nicht den einzelnen Raum hier krümmen und dadurch die Gravitation, aber du kannst dieses Gesamtkonstrukt grob gesprochen in der Zeitrichtung krümmen. Und dann läuft es. Die Newton'sche Raumzeit, wenn ich da die Gravitation nicht als Gravzeug, als Raumzeitkommunisch zeichne, die ist gerade nicht im Raum gegrümmt, sondern gerade grob gesprochen in der Zeitrichtung gegrümmt. Und das läuft, das fliegt. Das heißt also, wenn man verstehen will, wieso, das hatten wir am Anfang, Sie kriegen eine Multiple-Choice-Aufgabe in der Schule, ist Gravitation eine Kraft, ja oder nein? Und dann können Sie ja ankreuzen. Sie können aber genauso gut nein ankreuzen, weil exakt äquivalent ist das Bild, Sie betrachten die Newton'sche Gravitation nicht als Kraft, sondern als Krümmung der Newton'schen Raumzeit. Fertig, brauchen Sie keinen Einstieg dafür. Hätte im Prinzip Laplace machen können. Es hat nämlich auf die Idee gekommen, die Raumzeit zu betrachten. Aber das ist ja kinderleicht. Auf die Idee ist sie einfach noch nicht gekommen. Hätte er diese Idee gehabt, das hätte er gemacht, mit Sicherheit. 200 Jahre vor Einstein. Gut, war eigentlich so. Aber heute ganz amüsant, sich das so anzugucken. Es ist aber nicht mein Auftrag, Ihnen über die gekrümmte Newton'sche Raumzeit zu erzählen, obwohl die richtig toll ist, weil es alles genauso läuft wie in der Allgemeinen Relativitätstheorie, bis auf so ein paar Extra-Termen. Wenn ich Ihnen mit Schimpf und Schande verjagt werde, sage ich Ihnen jetzt, wie es in der Natur nach heutigem Verständnis, aktuellem Verständnis tatsächlich ist. Aber wenn Sie jemals noch mal jemand fragt, wie ist das mit der Dringung der Raumzeit, dann sagen Sie am besten, das können Sie am besten bei Newton verstehen, denn da gibt es nicht noch diese Relativitätskomplikation. Obwohl, eigentlich macht hier alles einfacher. Na ja, erkläre ich kurz. Also, 7, 8, keine Ahnung, mehr sind. Nächster Abschnitt auf jeden Fall. Wie wollte ich den nennen? Nach relativistischer Raumzeit. Also, wenn Sie jemals ein Buch über spezielle Relativitätstheorie in die Hand bekommen, dieses Buch hat ein Diagramm der folgenden Art. T, X und da passiert jetzt irgendwas. Ich habe so etwas Ähnliches eben auch angedeutet. Das ist sehr verführerisch. Aber eigentlich müssen Sie das Buch zum Verlag zurückschicken und Ihr Geld zurückverlangen. Denn es gibt halt keine T-Achse und es gibt auch keine X-Achse. Denn das Wort Raumzeit bei Newton ist folgende Schreibweise korrekt. Raum, Zeit ist ein schönes Wort. Und bei Einstein müssen Sie es aber aneinander schreiben oder auch zusammen lesen. Raumzeit ist ein Wort. Denn bei Newton ist es tatsächlich Raum plus Zeit. Sie nehmen den Raum, jetzt mal eindimensional dargestellt, und wiederholen diesen Raum immer wieder. Und die verschiedenen Ebenen können Sie mit einer Zeit benanzen. Und das ist die Newton'sche Raumzeit. Das ist bei Einstein definitiv nicht so. Aber wenn Sie an dieser Achse das T schreiben, haben Sie natürlich automatisch das hier impliziert. Vor allem halt diese Dinger. Und das ist eben nicht die relativistische Raumzeit. Die relativistische Raumzeit sieht nicht so aus. Das ist wirklich ein vierdimensionales Objekt. Aber jetzt sagen Sie ja gut, da gibt es doch noch einen Unterschied zwischen so zeitartig und raumartig heißt es. Was soll denn das bedeuten? Ganz einfach. Die Raumzeit, ich male die jetzt mal in 2 plus 1. Das waren ja 2 plus 1. Zweiräumliche, eine Zeitdimension. 3 plus 1 kann man so schlecht malen. Die Raumzeit, die Flache, die sieht so aus. Sie haben an jedem Punkt einen Kegel. Und die Kegel, die stehen wie ordentlich gepflanztes Gemüse. Ganz regelmäßig, alle schön aufrecht, alle in Reihe und Glied. Natürlich ist das eine Repräsentation. An jedem Punkt gibt es so einen kleinen Kegel. Dieser Kegel ist aber nicht, denn das hier die Raumzeit ist, die Tafel. Diese Kegel, die leben aber in jedem Tangentialraum an die Raumzeit. In der Raumzeit liegt eigentlich nur dieser Punkt. Die liegen schon da tangential dran. Und hier können Sie sagen, bei Newton, so eine Raumzeitkurve, die gibt es nicht. Denn die würde ja in Nullzeit von A nach B gehen. Die wäre gleichzeitig an all diesen Punkten. Der Kegel sagt, ne, 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 ne. Eine gute Kurve, die schneidet schon diese einzelnen Ebenen immer wieder. Wie ist denn das hier? Na, wenn Sie ein massives Teilchen haben, könnte das solche Dinge vollführen. Das wäre hier so ein bisschen beschleunigt. Das ist in eine oder andere Richtung. Das ist ein massives Teilchen. Und wenn Sie das hier haben. Okay, das ist jetzt in der flachen Raumzeit, das ist ziemlich trivial. Es gibt immer Tangential an alle Kegeln am Rand. Es wird uns gesagt, hier liegt an diesem Punkt, der Tangentialvektor liegt im Kegel. An dem Punkt liegt er auch im Kegel. Und hier liegt der Tangentialvektor an der Kurve auf dem Rand des Kegels. Das sind dann masselose Teilchen. Übrigens, in der newtonischen Theorie gibt es keine masselosen Teilchen. Da sind alle Teilchen immer massiv. Sie kennen das auch. m x2 Punkt gleich f. Immer massive Teilchen. Wenn Sie da 0 schreiben, wird es schwierig. Aber in der Relativitätstheorie gibt es die. Was ist mit der dritten Möglichkeit? Was ist mit Teilchen, deren Tangentialvektor an jedem Punkt außerhalb dieses Kegels liegt? Die gibt es nicht. Existiert nicht. Manchmal wird da spekuliert, die nennen wir Tachyonen und die laufen schneller als das Licht. Nein, aber die gibt es nach der Relativitätstheorie nicht. Da gibt es nur massive Teilchen und masselose Teilchen. Und anstatt diese Ebenen zu haben, der Gleichzeitigkeit, man hat gar keine Ebenen mehr. Man hat nur noch diese Kegelstruktur. Kegelstruktur. Sie erinnern sich, in der Mexelgleichung, da kam dieses Minus db durch die t ist E. Ich habe gesagt, dieses Minuszeichen ist 100 Jahre Physikgeschichte. In der Tat. Denn wenn Sie sich das hier vorstellen, jetzt in drei Dimensionen, dann könnten wir jetzt eine Metrikerfindung flachen, die sieht so aus. 1, minus 1, minus 1. Statt 1, 1, 1 oder minus 1, minus 1, minus 1. Und wenn Sie sich fragen, welche Vektoren G, J, V, I, V, J erfüllen denn an einem bestimmten Punkt und die Gleichung gleich 0, das geht bei normalen Metriken gar nicht, wenn Sie da nur positive Zahlen auf der Deonal haben, dann stellt sich heraus, das sind all die, falsche Farbe gewählt, das sind all die Vektoren, die hier auf dem Rand dieses Kegels liegen. Also nicht innen drin, sondern nur auf dem Rand. Das sind sogenannte Nullvektoren. Und tatsächlich, das kann ich Ihnen jetzt nicht im Detail zeigen, ist dieses Minuszeichen hier, ist dieses Minuszeichen aus dem Maxwell-Gleichen. Und das hat sogar Einstein nicht erkannt, und Einstein hat das ganz kompliziert geschrieben, aber Hermann Menkowski, der hat gesagt, du Albert, sehr verehrter Herr Einstein, aber sehr verehrter Herr Einstein, Ihre Gleichung für die spezielle Relativitätstheorie, da gibt es so viele Wurzeln und Quadrate, aber wenn Sie die auf die Raumzeit heben, und dann können Sie die Raumzeit, die gesamte Raumzeit mit dieser Metrik ausstatten, und dann wäre die Maxwell-Gleichung plötzlich ganz einfach, und dieses Minus kommt von diesem Minus in den Maxwell-Gleichen, ohne das gibt es auch keine Wellengleichung und so weiter und so fort, und es ist auch aus der Wellengleichung für das E-Feld, und hier die zweite Zeitableitung, die t² minus die drei zweiten Raumableitungen in diesem Laplace-Operator, vielleicht 0, das hier ist auch wieder das gleiche Minuszeichen. Also daran, dass die elektromagnischen Wellen, die natürlich auch wieder mit Lichtgeschwindigkeit laufen, da das Minuszeichen hat, das ist das gleiche Minuszeichen wie dieses Minuszeichen, das gleiche Minuszeichen wie dieser sogenannten Minkowski-Metrik, und da stellt man fest, Donnareta, das sieht zwar kompliziert aus, aber wenn Sie sich fragen, wie ich diese Kegel mathematisch beschreibe, ich beschreibe sie einfach, wenn Sie hier schön in Reihenordnung stehen, abhängig vom Punkt immer das Gleiche, ich beschreibe sie so. Das wäre die flache Geometrie der relativistischen Raumzeit, auch bekannt als die Geometrie der speziellen Relativitätstheorie. Ja, das hat jetzt alles mit Mechsel und flacher Raumzeit zu tun, jetzt haben wir es relativistisch, aber jetzt haben wir noch keine Gravitation. Ja, aber jetzt ist es nicht mehr weit, denn wir wissen, bei Newton kriege ich Gravitation, indem ich die Metrik plötzlich von Punkt zu Punkt variieren lasse, ihr das erlaube, da muss ich Gleichungen dafür hinschreiben, wie sie das tun. Jetzt muss ich nur die Idee einer Metrik mit einer sogenannten solchen Signatur, lernen Sie auch im ersten Semester, was die Signatur einer bilinearer Form ist, das sind keine Eigenwerte, sondern Signatur, egal, dann müssen Sie nur diese Idee vereinen mit der Idee, dass diese Komponenten, und zwar hier jetzt in dem Fall alle sechs, oder wenn Sie wirklich in vierdimensionaler Raum setzen, sind es zehn unabhängige Komponenten, weil diese Metrik immer symmetrisch sein muss, alles Details, die gerade gar nicht so wichtig sind, dann können Sie, wir hängen zwar vom Koordinatensystem ab, aber dann können die Kegel plötzlich in verrückten Kombinationen rumstehen. Ich mache Ihnen mal ein Bild, und das Bild, das werden Sie kennen, nicht auf den ersten Blick, aber nachdem ich Ihnen zwei Worte dazu gesagt habe. Also stellen wir uns mal vor, wir wüssten nicht, wie man diese Kegel stellen kann, aber ich male Ihnen mal ein Fantasiebild, ich habe Ihnen ja auch eben ein Fantasiebild einer Zeitreise gemalt, jetzt male ich Ihnen mal ein Fantasiebild, das sich am Ende aber als eine Lösung der sogenannten Einstein-Gleichung herausstellt, betrachte, wenn wir erlauben, dass sich diese Metrik von Punkt zu Punkt ändert, aber wir immer noch Kegel haben, könnte eine Raumzeit ja so aussehen. Ich habe hier, stehen die schön in Reihe und klickt. Jetzt gehe ich ein bisschen nach links, da stehen die immer noch in Reihe und klickt, alles schön und gut. Vielleicht ein bisschen unmerklich anders, aber sagen wir mal so. Jetzt gehe ich hier mal ein ganzes Stück, und hier plötzlich kriege ich Kegel, die stehen alle exakt so gekippt. Aha, und wie komme ich da hin? Naja, so zwischendrin, die Kegel, die bewegen sich immer mehr so in diese Richtung, also die fangen an quasi in die Richtung zu kippen, und wenn ich hier angekommen bin, dann sind die so gekippt, dass diese Linie hier so steht. Und wenn ich dann noch weiter gehe, dann sind die dann noch mehr gekippt. Und dann kann ich hier noch einen Punkt bekommen, aber irgendwie dieser Punkt, der existiert nicht mehr in der Raumzeit, denn was ich jetzt auch will, ich male mal hier eine gebachte Linie ein, die gibt es gar nicht, aber Sie werden schon sehen, warum ich die hier male. Gucken Sie mal, die funktioniert hier genau tangential. Jetzt stellen Sie sich dieses Bild vor, dass ich hier das Zentrum dieses Bildes habe, und jetzt dieses ganze Bild so kopiere, in allen Winkeln, also rotationssymmetrisch mache. Und das wäre meine Raumzeit, ich muss die halt irgendwie so malen, in 2 plus 1 Dimension. Wenn Sie weit weg sind von diesem Kladderadatsch her, dann haben Sie Teilchen, die könnten ein bisschen beschleunigt sein auch nicht, massive Teilchen, die könnten irgendwie so da rumfliegen, die sind mal ein bisschen hier und dort beschleunigt, irgendwie man wirkt auf die, die könnten auch einfach ganz gerade laufen, Licht könnte auch irgendwie hier so laufen und so weiter. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen jetzt sehr nah nach hier. Und hier stehen die Kegel dann noch ein bisschen aufrechter. Übertrieben aufrecht, mal so. Sie können, wenn Sie hier rankommen, hier können Sie immer noch entkommen. Aber jetzt schauen Sie mal, was passiert, sobald Sie mit einem massiven Teilchen an diesem Punkt angekommen sind. Sie sich mal vorstellen, an jedem Punkt gibt es einen Kegel und es ist massiv, wenn Sie immer im Kegel liegen. Wenn Sie mal hier angekommen sind, als massives Teilchen dieser Raumzeitgeschichte, dann können Sie ja bei massiven Teilchen immer innerhalb des Kegels liegen können. Nur noch hier rein. Aber Sie können nie wieder hier raus, denn es gibt keinen offenen Kegel, der Sie rausführt. Verstehen Sie? Das ist wie ein umgekehrter Filter. Wenn man hier oben reingeht, kann man das wissen. Das ist ein umgekehrter Filter. Das heißt, sollten die Kegel, die jetzt von Punkt zu Punkt anders stehen dürfen, wenn die Symmetrik anders sein kann, wenn diese so konspirieren, dann hätte man ja hier so eine Art Zylinder, das ist ja so rotiert. Was ist denn das? Das ist ein schwarzes Loch. Da haben Sie hier eine senipermeable Membran, da kann man reinfallen, aber man kommt nicht mehr raus. Und dann fährt man immer weiter. Und dieser Punkt, der gehört gar nicht zur Raumzeit. Das ist eine lange Diskussion. Das ist immer eine Singularität. Und das hier so ungefähr sieht die Schwarzschildlösung der einsteinischen Feldgleichungen aus. Die rotationssymmetrische Lösung statisch im Vakuum. Ja, das ist so. So ungefähr sieht es aus. Und Sie sehen, das ist ein gegründeter Raum. Denn so müssen die Kegel ja im geeigneten Koordinatensystem überall gleich stehen. Jetzt muss man zeigen, gibt es keine Koordinatentransformation, die dann gleich stehen macht. Nein, gibt es nicht und so weiter. Jetzt muss man alles zeigen. Aber das begründet, weil sich die Geometrie ändert von Punkt zu Punkt. Und Kegel, weil es relativistisch ist. Bei einsteinischen gegründeter Raumzeichen ändert sich von Punkt zu Punkt. Aber wir hatten keine Kegel, sondern diese Ebenen. Das ist aber der einzige Unterschied. Okay. Na gut. Also wenn wir jetzt schon so weit sind. Dann schreibe ich Ihnen jetzt auch noch hin, was die einsteinischen Feldgleichungen sind. Denn die Frage ist, wer sagt uns denn, wie diese Kegel entstehen? Da hat Einstein lange dran überlegt. Er hat ungefähr fünf verschiedene Versionen publiziert und immer aufs Messer verteidigt. Die waren alle falsch bis zur letzten. Und die letzte ist die hier. TAB hat gar nichts mit Geometrie zu tun. Das ist der sogenannte Energieimpulstensor. Der fasst also alle wesentlichen Eigenschaften für die Gleichungen zusammen, die in der Materie stecken, die den Raum bevölkert. Denn offensichtlich muss die Materie jetzt irgendwie die Gravitation erzeugen. Ganz offensichtlich. Aber sagen wir mal so. Okay. Das hier ist der metrische Tensor, der von Punkt zu Punkt variieren kann. Was sind diese beiden Kameraden? Die R´s. Ganz grob gesprochen gibt es ein Ding, das heißt Riematensor. Das hat jetzt vier Indizes. Einer oben, drei unten. Und den bekommt man aber durch partielle Ableitung unserer bekannten Gammas, die ich vorher schon mal eingeführt habe. Da gibt es nochmal ein Minus und dann gibt es nochmal ein Plus-Gamma-Gamma mit verschiedenen Kontraktionen, die das Indizes steht. Und so weiter. Noch so ein Term. Und dann gibt es diesen Kameraden R.A.B. Der ist aber einfach letztlich dieses Objekt hier. R.M.A.M.B. Das Ding heißt Riemantensor. Riemann. Das Ding heißt Ricci-Tensor. Das ist aber einfach nur so eine einfache Summation über Komponenten des Riemann-Tensors. Und dann gibt es noch den Krümmungsskalar. R.A.B. 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 Okay. Damit sind die Größen definiert. Sie sehen, das kommt alles, wenn es ein Koordinatensystem gibt, in dem die Metrik immer die gleichen Einträge hat. Ist dieses Ding immer Null, egal in welchem Koordinatensystem. Also eine Bedingung für Flachheit notwendig und hinreichend ist, dass der Riemann-Tensor verschwindet. Haben wir das auch geklärt. Aber das sind die einsteinischen Gleichungen. Und was die letztlich sind, weil diese Gammas ja wiederum partielle Ableitungen der Metrik sind, das sind zweite Ordnungs-Differentialgleichungen für den Kegeltensor. Entschuldigung, die Metrik. Die Metrik in der Raumzeit ist der Tensor, der die Kegel beschreibt. Okay. Und je nachdem, welche Materie Sie da reinsetzen, oder sogar im Vakuum, gibt es da nicht triviale Lösungen. Bekommen Sie, zum Beispiel wenn Sie zentral Materie da hinsetzen, kriegen Sie, und das ist rotationssymmetrisch, kriegen Sie zum Beispiel diese Lösung. Okay. Also die einsteinischen Feldgleichungen sagen irgendwie die Kegel einstehen. Das mathematische Objekt ist diese Lorenz-Signaturmetrik, wie man es nennt, die die Kegel macht. Ja, und was gibt es da noch für Lösungen? Ich habe den Auftrag, Ihnen nicht nur zu zeigen, dass die ganze Sache kommt aus den Wellengleichungen für die Elektrodynamik, das ist dann wirklich meine letzte halbe Tafel, sondern auch, dass diese Gleichungen selbst wieder Wellen vorhersagen. Erinnern Sie sich, die Maxwell-Gleichung, nachdem Maxwell diesen Zusatzterm dazu gemacht hat, damit die Gleichungen überhaupt mal eine Ladungserhaltung insgesamt erfüllen, da haben die Maxwell-Gleichungen plötzlich elektromagnetische Wellen vorhergesagt, die 38 Jahre später gemessen wurden von Hertz. Ja, man hat Einstein auch schon recht früh, ich kann gar nicht genau sagen, 1916 oder 1917 oder so, keine Ahnung. Man kann herleiten, dass es auch Gravitationswellen gibt. Eigentlich sind das keine Gravitationswellen, das sind eigentlich Kegelwellen oder metrische Wellen. Gravitationswellen, wie kommt man da drauf? Das ist ein bisschen kompliziert, das wird immer ein bisschen sehr vereinfacht dargestellt. Aber zunächst ist es mal so, dass man in diesen Gravitationswellen, das ist wirklich gar nicht so einfach, wenn man davon ausgeht, dass wir zunächst mal einen Raum haben, der flach ist, also weit weg von irgendwelchen gravitierenden Massen, da kann man das am einfachsten mathematisch zeigen, aber die gibt es natürlich auch, wenn der Raum sowieso schon gegründet ist. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, sie haben eigentlich einen flachen Raum, aber jetzt, wenn so eine Gravitationswelle kommt, dann wackeln diese Kegel, wenn die da so durchläuft, aber die läuft eigentlich auch eher hier so durch, die Gravitationswellen laufen durch die Lichtgeschwindigkeit, dann wackeln diese Kegel, aber was meine ich damit? Na, die machen so komische Bewegungen und welche, das zeige ich nur ganz kurz. Sie haben ja in der echten Welt so eine vierdimensionale Raumzeit und die können sie zerlegen. Und wenn sie nur den flachen Raum haben, dann sieht es ja so aus. Und wenn sie die jetzt geeignet zerlegen wollen, um wirklich zu verstehen, was Gravitationswellen sind und was genau da wackelt an den Kegeln, dann müssen sie zulassen, naja, sie könnten hier eine Größe A haben, da kommt schon ein Faktor dazu. Minus 1 plus 2C, Minus 1 plus 2C, Minus 1 plus 2C, Minus 1 plus 2C, dieses A noch, dieses C sind Gravitationswellen. Es sind auch nicht drei Größen B1, B2, B3, nichts zu tun mit Magnet, wir gehen nur die Buchstaben aus, B2, B3. Diese Dinger sind auch nicht die Gravitationswellen, sondern was tatsächlich Gravitationswellen macht, ist hier der Zusatz plus E11, E12, E13 plus E22, E23. Und dann das Gleiche nochmal auf der anderen Seite, das ist also nur symmetrisch, da kommen die gleichen Größen nochmal vor. Wir haben dann also hier, schon hier unten steht noch E33, wir haben hier also sechs Größen, die wackeln können, aber da gibt es noch so eine Zusatzbedingung, dass hier die Summe E11 plus E22 plus E33, die muss null sein, also es ist effektiv nur fünf Größen. Aber diese fünf Größen, die erfüllen jetzt eine Gleichung, Epson Alpha Beta, die erfüllen nämlich tatsächlich die gleiche zweite Ableitung hier, minus in welchen Koordinaten, also in diesen kathiesischen Koordinaten hier, minus diese Gleichung gleich null, und es sind diese Anteile der Metrik, die in der Gravitations-, die eine Wellengleichung erfüllen, und das da folgt aus den einsteinischen Feldgleichungen, wie ich eben hingeschrieben habe, analog ist falsch, aber logisch genauso wie aus den Maxwell-Gleichungen gefolgt ist, dass das E-Feld, aber das elektrische Feld ist ein Teil der Metrik, wie da schon gefolgt ist, dass das E-Feld und auch das E-Feld eine Wellengleichung erfüllen. Also das ist wirklich absolut fantastisch, und das hat Einstein, ich bin jetzt mal muntig und sag 1916 vorhergesagt, plus minus zwei Jahre, ja plus zwei Jahre, und gemessen, nochmal, das hier war irgendwie 1860 herum, und gemessen wurde es dann 1888 von Herz, also irgendwie 28 Jahre später. Es hat hier länger gedauert, es war September 2015, und dann in der Öffentlichkeit angekündigt war es dann im Februar, März 2016, hat man endlich gemessen, dass tatsächlich solche Gravitationswellen, dass es die tatsächlich gibt, und die können nur, also eine Methode wie entstehen könnte, wenn zwei Körper umeinander kreisen, riesige schwarze Löcher zum Beispiel, dann sollen dann die Gravitationswellen ab, und die konnte man endgültig messen. Und es hat also 100 Jahre gedauert, ziemlich exakt 100 Jahre, also 100 Jahre minus zwei Monate, das war im September, einschätzgleich von 1915. November, zwei Monate weniger als 100 Jahre gedauert, letztlich von der Theorie, die sie vorhersagt, bis zur Messung. Und inzwischen hat man ganz viele Messungen davon, und natürlich hängt es da schon ab, wie genau ich messen kann, weil der Effekt viel, viel kleiner ist, als der Effekt von den elektromagnetischen Wellen. Und da sehen Sie also, in dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Heldengeschichte von Tycho Brahe über Kepler und Newton, und dann die ganzen Helden der Elektrodymarik, und dann Einstein, und all diese Geschichten, immer wieder kommen da diese Wellenphänomene auf, und jetzt wissen Sie zumindest eine neue Sache, mit der entlasse ich Sie jetzt, eine neue Sache über die Wellengleichung. Dieses Minus in der Wellengleichung, das ist wieder das Minus, das die Kegel verursacht. Gut, an der Stelle möchte ich schließen. Ja, vielen Dank für diese Tour über 400 Jahre moderne, von klassischer Musik in die neueste und moderne. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir, wir können jetzt eine Diskussion erfüllen. Ich würde Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, Sie können jetzt einfach in den Chat reinschreiben, oder noch besser, noch direkter, Sie können ja Ihr Mikro einfach anmachen und einfach lossprechen. Wir können das eben, wir können also das über Wortmeldungen machen, aber eigentlich, nach unserer Erfahrung, geht das eigentlich sehr gut, wenn einfach der Erste einfach sein Mikro anmacht und losspricht, und das klappt eigentlich relativ gut. Ich würde Sie bitten, gerne alle Fragen, physikalisch oder welcher Natur auch immer, jetzt zu stellen. Also nur zu, Sie dürfen von technischen Fragen über Minuszeichen, Hochzahlen bis zu philosophischen Fragen, alle Fragen stellen und einige wenige davon werde ich vielleicht auch beantworten können. Vielleicht dann stelle ich erst mal eine Frage. Gerne. Was sind denn aus Ihrer Sicht als Relativitätstiberexperte die großen offenen Fragen zur Zeit? Also woran arbeiten Experten zur Relativität? Das könnte man ja sagen, das ist so eine schöne, runde Geschichte. Es wurden die letzten, eine Vorhersage aus den letzten 100 Jahren, wurde bestätigt. Aber es gibt ja immer noch weitere spannende Fragen. Woran arbeiten denn Sie und Ihre Kollegen? Gerne. Also eine, ja wie soll man es denn, ein Puzzle oder Entdeckung, aber es kommt ganz darauf an, ob Sie es schon eine Entdeckung nennen wollen. Ja, es ist schon eine Entdeckung. Die Frage ist, was ist die Interpretation? Ist natürlich, was in aller Munde ist, seit vielen Jahren, ist die sogenannte dunkle Energie und die dunkle Materie. Was ist denn das? Da gibt es eine Frage. Ja. Warum sind das den Regeln? Ja. Mach ich gern. Danke. Ich beantworte gerade die hier. Also es ist so, Sie haben halt die linke Seite der Einstein gleich und die hatte ich gerade hingeschrieben. Aber es gibt ja auch noch diese rechte Seite und die ist Materie und das hier ist Geometrie oder Raumzeitgründung. Was gibt es denn eigentlich alles an Materie? Und wenn Sie sagen, die moderne Physik im Status quo auf fundamentaler Ebene, die hat zwei Säulen, auf denen sie steht. Das eine ist die ART, die Allgemeine Relativitätstheorie und das andere ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Das Standardmodell der Teilchenphysik sagt Ihnen, was sind denn die Quark oder die Elektronen und vor allem nach welchen Bewegungsgesetzen bewegen sie sich? Das ist gar nicht so schwierig. Das geht nämlich nach quantentheoretischen Gesetzen. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Aber immerhin, diese Materie muss ja diese rechte Seite ausmachen. Es ist gar nicht so ganz klar, wie das gehen kann, deswegen versucht man, weil es hier eigentlich eine quantentheoretische Seite ist, dann müsste man hier auch eine Quantengravitation machen, damit man eine Gleichung hinschreiben kann. Da weiß kein Mensch, wie das wirklich geht. Aber es gibt noch andere Aspekte davon und man könnte sagen, jetzt macht man Beobachtung, man sagt mal angenommen, die ART stimmt. Und mal angenommen, die Teilchenphysik, das Standardmodell der Teilchenphysik stimmt. Und wenn Sie Datenbeschleuniger arbeiten, das stimmt 100%. Und wenn Sie hier auf großer Skala gucken, Universum stimmt 100%. Aber wenn Sie auf großer Skala hier gucken, wie die Raumzeit gekrümmt ist und welche Materie es dazu brauchen, dann stellt sich raus und so, das ist alle Materie, die wir haben. Aber in Wirklichkeit sind es etwa nur 5% der Materie, die wir haben können. Wenn die beiden Theorien stimmen, dann sagen uns nämlich die Daten, dass 95% der Materie und Energie, die Sie auf diese Seite schreiben müssen, um mit dieser Gleichung das beobachtete Universum zu erklären, 95% sind völlig unbekannter Natur. Und die kann man dann nochmal aufteilen in sowas wie 20-25% dunkle Materie und der Rest ist dann dunkle Energie. Aber das Dunkel ist tatsächlich auch ein theoretisches Statement. Keiner weiß, was es sein soll. Keiner hat ein Modell jenseits der gröbsten Modelle. Da kann man welche hinschreiben, das könnte man sich in Einklang bringen. Aber eigentlich die Idee, dass das Standardmodell der Teilchenphysik alles gibt an Materie, was wir im Universum haben, die Idee scheint sehr tot zu sein. Eine Sache, die wir jetzt in meiner Arbeitsgruppe viel gemacht haben. Wir haben uns gefragt, wenn hier die Theorie in diesem Sektor möglicherweise ganz anders aussieht als die, dann kann es passieren, oder es passiert sogar fast immer, dass die allgemeine Relativitätstheorie Mause tot ist. Ja, was machen wir denn dann? Und da haben wir einen Weg gefunden, die Gleichungen der Relativitätstheorie neu herzuleiten, aufgrund verschiedener, mit Input nur verschiedene Modifikationen des Standardmodells, aber nicht in Beispielen, sondern als allgemeine Theorie. Also wenn tatsächlich jetzt jemand aufkommt mit irgendwelchen exotischen Gleichungen hierfür und das phänomenologisch hält, und zwar in einer Form, die der ART widerspricht, der allgemeinen Relativitätstheorie, dann können wir eben im Prinzip, wir müssen da unendlich viele Differenzialgleichungen lösen, also unendlich im Wortsinn, abzählbar unendlich viele Differenzialgleichungen, aber wir konnten zum Beispiel sagen, dass wenn Sie hier das Standardmodell oder Maxwell-Theorie reinpacken, können wir die allgemeine Relativitätstheorie herleiten, statt sie zu postulieren. Also das ist eine Richtung, in die man Sachen machen kann, und das ist unsere Antwort auf die Frage, was machen wir denn mit diesem großen, unbekannten Kram hier? Aber in Wirklichkeit sind hier natürlich die Astro-Teilchen-Physiker gefragt, hierfür vernünftige Gleichungen niederzuschreiben. Ob das zu irgendjemandes Lebzeiten noch passiert, weiß keiner. Aber das ist ein großes Puzzle heute. Und das hat so etwa in den 1990er Jahren begonnen, vielleicht auch schon irgendwie in den 80ern, irgendwie sowas, dass man plötzlich sagt, das da ist gar nicht mehr, das Standardmodell, das ist nur so viel. Und der ganze Rest, den muss auch irgendwie geben, aber da wissen wir gar nicht, wie der aussieht. Das ist schon ziemlich schwach, aber so ist es. Bitte, die Kegel. Das ist eine ganz, ganz tiefe Frage, und die beantworte ich mal mathematisch, denn irgendwann hören Sie davon auch was. Das hat zu tun mit der Hyperbolicität von partiellen Differentialgleichungen. Also eine Differentialgleichung ist eine Gleichung für eine Funktion, die aber gegeben ist auch durch die Ableitung der Funktion und partiell, wenn das in mehreren Dimensionen ist. Sie kennen, ich mach mal erstmal keine Partie, ich mach mal die normale Newtongleichung. Sie wissen, da müssen Sie eine Anfangsgeschwindigkeit und einen Anfangsort angeben und dann gibt Ihnen die Newtongleichung, wenn Sie die lösen, gibt die Ihnen eine eindeutige Bahnkurve. Wenn Sie Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit nicht angeben, kriegen Sie eine ganze Schar von Bahnkurven, nämlich die Abhängigkeit von Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit. Das ist ein sogenanntes Anfangswertproblem, Sie geben den Anfangsort und die Anfangsgeschwindigkeit und der Rest ist dann determiniert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben so etwas wie ein elektrisches Feld. Was machen die Maxwell-Gleichungen? Die fangen ja nicht an einem Punkt an, sondern müssen Sie sagen, nehmen wir mal an, Sie kennen das elektrische und das magnetische Feld zum Zeitpunkt t gleich 0. Jetzt sagen Sie natürlich gleich wieder, ich dachte, es gibt kein t gleich 0. Lassen Sie es mal so stehen. Die Maxwell-Gleichungen sind jetzt gleich und Sie sehen, da kommt so etwas vor wie dE nach dt und dB nach dt. Das sind die sogenannten Evolutionsgleichungen, also da wo die Vorkommen dieses Feldes, die sagen Ihnen, wenn die Daten e und b jetzt vorgegeben sind, können Sie das machen, was Physik will. Was will Physik? Die Physik will die Zukunft vorhersagen, wenn die richtigen Bewegungsgleichungen. Dann können Sie vorhersagen, wie das e-Feld und das e-Feld nach einer wenigsten Zeit aussehen. Okay, was ist jetzt diese Kegelnummer? Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten, um zu sagen, was in einer Sekunde an dieser Stelle das elektromagnetische Feld ist, müssten Sie jetzt wissen, nicht nur das elektromagnetische Feld an der Stelle, sondern quasi überall im Raum. Ich müsste also jetzt wissen, um vorher zu sagen, was in einer Sekunde an genau dieser Stelle das elektromagnetische Feld sein wird, müsste ich wissen, was es jetzt hier ist und dort und dort und dort, aber auch in diesem Moment jetzt, also eine Sekunde vorher in New York und bei Alpha Centauri, das ging ja gar nicht. Die Theorie wäre völlig nutzlos, wenn ich für solche Feldtheorien zu einem Zeitpunkt überall die Felder kennen müsste, um sie über zum Beispiel die Maxwell-Gleichung eine Sekunde oder ein Jahr später vorher zu sagen. Es stellt sich heraus, dass die fundamentalen Gleichungen der Physik, die wir kennen, die haben alle diese Strukturen, dass wenn Sie Daten in diesem gelben Bereich kennen, also zum Beispiel hier im Hörsaal, könnt ihr überall Messgeräte aufbauen, dann können Sie alles vorhersagen in der Zukunft, was innerhalb dieses rückwärtsgewandten Kegels liegt. Naja gut, da komme ich zwar meine Sekunde nicht weit, ich müsste wahrscheinlich ein Hörsaal, nicht wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, ein Hörsaal der Ausdehnung eine Lichtsekunde im Radius. Also da wäre eine Lichtsekunde, wie viel ist das? 300.000 Kilometer. Naja, mit viel Funding vielleicht. Also ich müsste im Umkreis von 300.000 Kilometern, müsste ich das E- und das B-Feld kennen, dann ist es ja immer noch der gleiche Kegel, aber jetzt reicht der natürlich höher. Und dann kann ich immerhin in einer Sekunde genau an dieser Stelle, wenn wir im Zentrum dieses Bekannten jetzt werden ist, kann ich das vorhersagen. Das hier ist die umgekehrten Kegel. Die umgekehrten Kegel kommen aber in Wirklichkeit zustande, weil hier von überall, von hier aus, geht Information nach hier und nach dort und so weiter und so fort. Das ist eine komplizierte Relation. Also den umgekehrten Kegel kann man dadurch verstehen, ansonsten hätten wir gar keine Vorhersagekraft unserer physikalischen Gleichung. Gleichungen, die diese Eigenschaft haben, die nennt man hyperbolisch. Und dann gibt es noch andere Gleichungen, zum Beispiel die Schrödinger Gleichung in der Quantenmechanik, die ist parabolisch, die muss ich kennen, hier und jetzt und an den Rändern in der Zeit. Und dann kann ich vorhersagen, was in einer Minute stattfindet in der Quantenmechanik, also in der Nichtrefinition-Quantenmechanik. Und dann gibt es noch elliptische Gleichungen. Das sind Gleichungen, da kann ich nur vorhersagen, was hier ist, wenn ich es überall auf diesem Rand kenne. Das ist relativ nutzlos für die Physik, wenn das da irgendwas mit Zeit zu tun hat, dann müsste ich wissen, was in einem Jahr passiert, um Ihnen zu sagen, was in einem halben Jahr passiert. Das wären elliptische Gleichungen. Die elliptische Differenzialgleichen, die spielen eine Rolle, wenn ich nur den Raum betrachte. Aber so als Raumzeitgleichen sind die eher komisch. Da ist so ein Grenzfall, parabolische, wie zum Beispiel die Schrödinger Gleichung. Also kurz gesagt, diese Kegelstruktur ist noch viel tiefer, als dass man sagt, ach, die kommt aus der Maxwell-Theorie. Wenn die Maxwell-Theorie diese Kegelgleichenstruktur nicht hätte, wäre sie im praktischen Sinn niemals prädiktiv, weil ich nie die Daten zusammen bekäme, die ich bräuchte, um vorherzusagen, was in einer Sekunde passiert. Und deswegen ist es auch kein Wunder, diese Kegel, wie gesagt, die Kegel haben direkt zu tun mit einer Metrik, die diese Form hat, 1-1-1-1 der Diagonalen im einfachsten Fall. Und das hat wieder direkt zu tun mit Wellengleichungen jeglicher Form. Das heißt, eigentlich sind Wellengleichungen, die sind immer hyperbolisch, die haben immer diese Eigenschaften. Das kommt aber, weil dieses Minuszeichen hier ist. Und diese da, wie gesagt, ich habe das erläutert, die Nullvektoren, IJ, V, I, V, J gleich Null oder Alpha, Beta vielmehr, das sind die Ränder dieses Kegels. Also das hier ist die anschauliche Version, das ist die mathematische Kodierung, das ist die Wellenmanifestation. Und deswegen haben Sie eigentlich in jeder Theorie, in irgendeiner Form praktisch prädiktiv ist, haben Sie diese Kegelschrift vor. Es geht also noch viel tiefer als die Idee der Maxwell-Gleichung. Und Sie könnten auch ganz verrückte Kegel haben. Sie könnten Kegel haben, die mehr wie so eine Popcorn-Tüte aussehen. Es muss nur ein offener, also der Rand gehört da nicht dazu, offener und konvexer Kegel sein. Das führt sehr, sehr weit. Also das ist wirklich meine Antwort darauf, es geht noch, noch viel tiefer als die Beispiele, die wir haben. Ganz ans Prinzip der Prädiktivität in der Physik. Es gibt noch drei weitere Meldungen im Film. Das heißt immer, das Universum ist so und so alt. Aber wie kann man das überhaupt festlegen, wenn Zeit eigentlich relativ ist? Das hängt doch vom Alter, vom Ober auf der Art. Ja, eine hervorragende Frage. Und es ist in der Tat eine Frage, die eine Antwort hat, die letztlich Konvention ist. Lässt mich aber noch eine andere tolle Sache zeigen, gleichzeitig. Erst mal eine kleine Vorbemerkung. Die muss ich machen, ansonsten kommen wir nirgendwo hin. Die Vorbemerkung ist die. Vor allem, ich nehme die gesamte reelle Achse. Aus Zeitgründen male ich die jetzt nicht vollständig ein. Aber die geht halt bis minus und endlich und bis plus und endlich. Und überall, also wirklich von minus bis plus und endlich stehen da Bäumchen rum und kleine Häuser. Also kurz gesagt, da passiert was. Das ist ein Bild. Ein riesiges Bild. Das ist aber unendlich lang, das Bild. Ja, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich kann Ihnen hier immer nur einen Ausschnitt von diesem Bild malen. Aber was könnte ich tun? Ich könnte Folgendes tun. Ich will eigentlich diese Achse nehmen, aber ich bilde sie jetzt eins zu eins ab auf dieses Intervall. Also hier stehen meine Bäumchen rum und meine Häuser und so weiter. Aber es gibt nun endlich. Aber wenn ich das alles auf einmal hinmalen will, nehme ich einfach das Häuschen, gucke dort wo es ist, wo bin ich hier in der Kurve und dann male ich das Häuschen tatsächlich hier hin. Und dann gucke ich hier auf der Kurve, das ist das Bäumchen, da male ich das Bäumchen tatsächlich hier hin. Und wenn Sie jetzt hier so eine Funktion nehmen wie, was ist denn das da sowas wie Arcus tangens hyperbolicus oder sowas. Auf jeden Fall diese Funktion hier, die ist streng monoton steigend und damit eine eindeutige ist das eine bijektive Abbildung, dann ist klar, jedem Punkt auf dieser unendlichen Achse entspricht exakt ein Punkt auf diesem endlichen Intervall. Sowas nennt man eine Kompaktifizierung. Und damit kann ich plötzlich Räume in endlich groß sind, kann ich plötzlich endlich malen. In diesem Sinne hat Roger Penrose, ein Oxford Mathematiker, der letztes Jahr den Nobelpreis für Physik nämlich für schwarze Löcher gewonnen hat, für seine Arbeit mit Hawking und so weiter. Penrose hat gesagt, auch die Raumzeit, zum Beispiel die kosmologische Raumzeit und so weiter, die müssen wir kompaktifizieren um sie hinmalen zu können. Aber er sagt, wisst ihr noch, die Kegel, die Kegel, die spielen so eine wichtige Rolle. Ich möchte die gern so kompaktifizieren, dass die Kegel nicht verschoben werden. Und wenn man das macht, dann sieht die Lösung eines homogenen und isotropen Universums, das heißt, wenn ich von ganz, ganz weit gucke, alle Details weglasse, haben wir keinen Grund anzunehmen, dass es einen besonderen Punkt im Universum gibt und dass es an dem Punkt auch keine besondere Richtung gibt, in dem die Physik essentiell anders aussieht. Das heißt, wir nehmen ein Universum an, das auf ganz großer Skala in exzellenter Näherung homogen an jedem Punkt gleich und isotrop in jeder Richtung gleich aussehend ist. Und wenn man dann die Einstein-Gleichung löst für Materie unter diesen Symmetrieannahmen, dann bekommt man ein Bild, das sieht so aus. Das ist das Bild der Raumzeit, also alles, was hier drin ist, in diesem Dreieck mit dieser Wellenlinie da unten. Und so eine Wellenlinie hatten wir schon mal. Wir hatten diese Singularitäten am schwarzen Loch. Das da ist eine andere Singularität, das ist auch eine raumartige, am schwarzen Loch auch. Da denkt man, es ist zeitartig, aber denken Sie dran, die Kegel stehen ja so. Und aber in diesem Bild läuft tatsächlich Licht immer unter 45 Grad. Das ist eine sogenannte konforme Kompaktifizierung. So. Und jetzt ist es so, die Materie in diesem Universum, die läuft da halt irgendwie, läuft die dann im Universum, jetzt kann ich das gerade nicht so besonders gut hinmalen, naja sagen wir mal irgendwie so. Und die ist da halt auch homogen und isotrop, sonst wäre die Annahme nicht richtig. Und tatsächlich nimmt man die Zeit, die assoziiert ist mit diesem gesamten Fluid von Materie, das auf dieser ganz, ganz großen Skala homogen und isotrop ist. Und das gibt Ihnen das, was man die kosmologische Zeit nennt. Aber Sie haben absolut recht, wenn Sie jetzt einen Helden haben, der da drin mit einem superschnellen Raumschiff, das natürlich immer weniger als Lichtgeschwindigkeit hat, mit einem superschnellen Raumschiff da drin rumfliegt, der wird natürlich sich nicht immer mit diesem mitbewegenden kosmologischen Fluid bewegen. Sie müssen sich unter lauter Galaxienhaufen und sowas vorstellen. Und das ist tatsächlich insofern eine Konvention, was man damit meint. Und dann kommen Sie da irgendwie auf die, weiß nicht, 14 bis 18 Milliarden Jahre, je nach Außentemperatur. Okay, also das ist diese Geschichte und ja, das hat wieder damit zu tun. Und eine ganz interessante Sache ist, dass Sie die ersten, erste zeitlich Universums, da haben Sie so ein Plasma, das ist undurchsichtig, das heißt Licht, das Darum, eigentlich alles, was wir heute lernen, also wir hier sitzen, ja, alles, was wir wissen, das Universum, wissen wir über Licht, das kommt in der einen oder anderen Form. Und eigentlich haben wir erst ab hier sich frei bewegende Photonen. Und dann gibt es ein ganz großes Puzzle, nämlich die Strahlung, die von hier kommt, die Strahlung, die von hier kommt, nämlich kosmologische Hintergrundstrahlung, wenn man die Temperatur 3 Kelvin zuweisen kann, das ist in extrem genau, ist es in allen Richtungen, ist es die gleiche Temperatur mit ganz kleinen Homogenitäten. Und das ist total erstaunlich, denn diese beiden Punkte hier an diesem, wo das herkommt, jetzt muss ich es jetzt mal in höheren Dimensionen vorstellen, die haben ja gar keine gemeinsame Vergangenheit. Das heißt, wie zum Teufel, welcher physikalische Mechanismus hat denn produziert, dass die beiden letztlich die gleiche, also nicht der gleichen Temperatur, die man dazu weiß und so weiter, haben. Und das kann man heute erklären, aber das ist die Frage, ob das stimmt, dass das frühe Universum eben gerade hier unten nicht so aussieht wie hier, sondern anders und das ist dann die sogenannte Inflationstheorie etc. pp. Das sind Fragen, die fühlen sehr, sehr weit, aber das wäre zum Beispiel ein sogenanntes Penguins-Diagramm der Friedman-Robertson-Downzeit. Nächste. Was wäre für Sie im Verkirzen, wenn es sich als falsch herausstellen würde, wobei ich jetzt nicht erkennen kann, worauf es es sich bezieht? Ja, das, was sich da als falsch herausstellt, verstehe ich schon die Frage. Es ist ja irgendwie so interessant, wir haben bei 1600 angefangen, ich meine, das kann sich ja keinerlei nicht vorstellen, was da passiert ist und quasi die Theorieentwicklung ist so sehr aufgezwungen worden, aufgrund von Beobachtungsdaten. Und es ist ja tatsächlich so, vor der Quantenmechanik, wann hat man eigentlich über Quantenmechanik was erfahren? Na gut, kann man sagen, nachdem sie erfunden wurde und vielleicht ganz kurz vorher, aber das stimmt nicht. Zum Beispiel das Niedrigtemperaturverhalten von Gasen ist klassisch völlig anders vorhergesagt und eigentlich hat man schon ganz lange im Niedrigtemperaturverhalten von Gasen die Tendenz gesehen, dass da irgendwas komisch ist. Aber man denkt immer, ach ja, das ist so ein Nebeneffekt, vielleicht ist das der Rand des Gefäßes oder haben wir nicht genau gemessen oder im Detail und so weiter. Und manchmal sind die kleinsten Details, deuten auf die größten Umwälzungen hin. Zum Beispiel, dass Planeten auf Ellipsen umlaufen, ist in der allgemeinen Relativitätstheorie gar nicht mehr richtig, sondern die laufen auf einer Ellipse rum, die aber nicht ganz schließt. Und dann entwickelt sich mit der Zeit, also kann sich auf jeden Fall mit der Zeit so eine Rosettenbahn entwickeln. Und das ist zum Beispiel, irgendwie Merkur macht sowas. Und ich glaube, dass da so irgendwie dieses Weiterwandern nach einer Familie, sind vier Bogensekunden pro Jahrhundert, die das weiter wandert. Und das hat man schon vor Einstein, hat man das schon gewusst. Und da hat man gedacht, ja gut, aber das ist ja, was ich da merke, oder die ganzen anderen Planeten, und da fliegt irgendwo noch eine Mücke vorbei, die stört das natürlich. Und weil die da die anderen auch noch dran ziehen, ist das halt keine exakte Ellipse. Du lieber Gott, vier Bogensekunden pro Jahrhundert. Ja ja, die allgemeine Relativitätstheorie sagt das ziemlich genau voraus. Was ich damit sagen will, wir wissen noch nicht mal, ob die Dinge, die uns jetzt ins Auge stechen, als komisch, ist es eigentlich bereits erklärt durch good old physics properly done. Oder sind es ganz kleine Sachen, wo man sagt, das ist jetzt wirklich, das ist irgend so ein Störeffekt. Da könnte quasi ein ganzes Jahrhundert Theorieentwicklung drin liegen. Und deswegen aufgrund dieser Erfahrung allein der Theorie, die ich kenne, oder sagen wir mal der letzten 100 Jahre Theorie, würde ich eigentlich sagen, überhaupt nichts. Überhaupt nichts ist schockierend. Es wäre fast schon komisch. Schauen Sie, es ist so. Wenn Sie Phänomenologie haben, Sie haben Phänomene. Und Theorie ist niemals hergeleitet von den Phänomenen. Das denkt man immer so. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, Sie brauchen ja allein, um das Phänomen zu beschreiben, schon mal so eine Art Prätheorie. Sie können nicht vom fallenden Stein berichten, wenn Sie nicht schon eine Idee von Raum und Zeit haben und so weiter. Und das heißt, unser gesamtes physikalisches Verständnis ist erst mal auf bestimmten Grundannahmen gegründet, die wir vielleicht irgendwann umwerfen müssen. Aber sie sind trotzdem sehr beliebig. Und vielleicht ist die heutige Vorlesung eines der besten Beispiele dafür. Sie können die Frage, ist Newton'sche Gravitation eine Kraft- oder Raumzeitkrümmung, können Sie gar nicht beantworten. Sie können so sehen oder so sehen. Und es ist nie klar, was da als nächstes passiert, was man machen muss oder machen kann, was einen weiterführt. Und ich würde eher sagen, es wäre schockierend, wenn nicht ganz, ganz tolle neue Sachen passieren würden, die dann vielleicht auch wieder überworfen werden. Dann noch eine Frage. Wie konnte man 2015 die Gravitationswelt wahrnehmen? Welche Technologie, sagt man, benötigt? Das ist eine sehr gute Frage, zu der ich fast überhaupt nicht kompetent bin. Also die Sache ist so, die Gravitationswelt, wenn Sie sich dieses E-Alpha-Beta anschauen, wenn er sich die Wellengleichungen geschrieben hatte, das sind die sogenannten transversalen, spurfreien Anteile der Metrik, die erfüllen eine Wellengleichung. Sie sehen schon, die haben zwei Indizes, die sind, wenn Sie einen Kreis von Punktteilchen aufbauen, die Sie ruhen lassen. Sagen wir mal, die würde ich jetzt hier so irgendwie in der Schwebe halten. Und jetzt liefe da eine Gravitationswelle durch, die in dieser Richtung auf die Tafel zuläuft. Dann würde sich dieser Kreis von Teilchen, die ansonsten nur drei sind, würde sich zunächst verformen in eine Ellipse, die wäre so. Dann verformt es sich wieder zurück in diesen Kreis und dann in eine Ellipse, die sieht so aus. Also da liegen diese Punktteilchen dann. Der verformt sich wieder zurück in den Kreis und dann wechselt das so ab. Und dann könnten Sie eine andere Polarisation haben, dann passiert das mehr so in der diagonalen Richtung. Und das könnte man sehen. Und wenn man das ein bisschen mit Laserinterferometrie macht, braucht man so zwei rechtwinklige Arme. Man muss hoffen, dass die Gravitationswelle tatsächlich aus einer Richtung kommt, die ja nicht von der Seite ist. Dann ist es viel zu schwach, aber hier so genau drauf. Und dann kann man hier mit Laserinterferometrie und Massen und unglaublich viel schwieriger Technologie, deswegen hat es auch lange gedauert, dass zur Messung von der Technologie habe ich keinen Schimmer, kann man dann bei interferometrischen Messungen tatsächlich die Gravitationswelle bestimmen. Und das war 2015, da war ich noch am Einstein-Institut. Nee, das stimmt ja gar nicht. 15? Nee, war ich nicht mal. Aber egal. Auf jeden Fall, da hatten wir es gemessen. Und wesentlich, wenige Jahre vorher. Als ich am Einstein-Institut war, waren wir noch in Hannover und da war noch die Wissenschaftsministerin da und so weiter und so fort. Und da wurde nochmal gesagt, bald, bald messen wir sie. Und in Wirklichkeit hat die ja gedacht, ja, das heißt das auch schon seit 100 Jahren. Aber dann kam es tatsächlich bald. Also so schlimm war es nicht. Und dann muss man quasi in diesen beiden Richtungen das da detektieren. Und dazu gibt es viel Literatur. Es ist nicht mein Fachgebiet und das ist eine Ingenieursaufgabe allererster Güte. Die Physik ist eigentlich relativ schnell geklärt durch die Einführung. Ich möchte Ihnen bei Herrn Schuler für diese und seine anderen Vorlesungen bedanken. Ich bin ein großer Fan davon. Wird es eine Vorlesung über Quantenfeldtheorie geben? Vielen herzlichen Dank. Ich habe auch eine Vorlesung über Quantenfeldtheorie gehalten vor zwei Jahren in Linz in Österreich, eine große Vorlesungsreihe. Mit der war ich auch 90% zufrieden. Das ist ein sehr schwer zu überrichten. Ich war nie zufrieden mit den Vorlesungen, die ich darüber bekommen habe, obwohl die per se exzellent waren. Aber ich habe es auch nur 90% geschafft. Deswegen liegt die auf meiner Festplatte zu Hause geheim und unveröffentlicht. Und ich werde irgendwann wieder dazu kommen, auch noch die Sachen zu reparieren, die mehr so standardmäßig gemacht waren, die mich auch nicht ganz befriedigen. Wenn ich die damit zusammenhängenden pädagogischen Probleme fachlich vollständig zufriedenstellen lösen kann. Aber ich weiß, die Frage kommt oft. Ich verspreche, ich denke dran. Ja, es gibt Anfänge, aber ich habe mich eigentlich immer aus der Quantenkravitation weitestgehend rausgehalten. Das würde jetzt sehr weit führen zu erläutern, warum ich glaube, dass da möglicherweise Ansätze, die es gibt, schon am Anfang die Frage sind, ob das das Richtige ist. Aber damit haben sich Genies über lange Zeit beschäftigt. In der Stringtheorie, auch in der kanonischen Inkavitationstheorie, Rovelli, Smolin und so weiter. Oder Witten in Stringtheorie. Man hat da überall Hürden angebrochen, von denen nicht klar ist, ob überhaupt überwunden werden können. Aber dann denken Sie doch mal an den armen Laplace, der hat es ja fast gehabt. Ja, der war ja fast dran. Das kann man auch einem Genie nicht vorgarfen, dass irgendeine Idee, deren Zeit noch nicht gekommen ist, noch nicht verwurstet werden konnte. Ja, aber ich habe Ideen dazu, aber nichts, was die Erwähnung verdient. Ja, im Moment gibt es keine weiteren. Vielen Dank. Dann wenden wir es nochmals herzlichen Dank. Vielen Dank für das Interesse. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Ich wünsche Ihnen noch eine Zeit. Das ist richtig schön. Vielen Dank.